Okay, also, schön, dass ihr Zeit hattet. Fangen wir mal vielleicht ganz kurz an. Also, ich möchte dir ganz kurz sagen, wer ihr seid. Also, einfach nur mal ein Hallo und dann sind wir gut dabei. Falls ihr nicht kennt, sonst mache ich die Vorstellungsrunde. Also, zu meiner Rechten, der nette junge Mann, der jetzt nur in Diablo-Merch ist mit dem Diablo-Lilis-Hintergrund, das ist der Rob. Der Rob kann auch Deutsch. Zwar kein richtiges, aber man versteht ihn. Man glaubt es nicht, das Denglisch geht gut. Das Denglisch geht gut, ja. Wir haben vorhin ein bisschen trainiert. Also, er hat schon das ein oder andere Spirit-Born-Kill auf Deutsch gesehen. Geistgeborenen, bitte, ja. Bitte, aha. Du hattest ja immer diese Streams, wo du nur Deutsch redest, mit allen Talenten auf Deutsch. Ey, das war Wahnsinn, Wahnsinn. Jawohl. Also, ziehen wir das jetzt den ganzen Abend so durch, oder? Ja, bitteschön. Ja, also, nur so. So, zur linken Hillex, ihr kennt ihn vielleicht noch vom Diablo-Für-Release-Event und jetzt dann wieder vom Add-On-Release-Event, also wenn wir wieder Tag und Nacht spielen werden. Einer der Jungen. Direkt darunter haben wir dann Silek vom Wowhead. Ja. Hallo. Er ist der Arme, der die ganze Arbeit machen muss, weil sich Tarith davor drückt. Das wollen wir jetzt hier nicht untergehen lassen, ja. Also, Silek, danke schön für das ganze Datamining und so weiter. Ja, genau, das war alles ich. Das war alles... Coole Infos. Coole Infos. Und dann haben wir hier unten noch den Zonder. Zonder ist der beste Mage-Spieler der Welt und der wartet wieder drauf, einen neuen Mage zu machen. Aber er wird, glaube ich, Barb spielen, oder, Zonder? Richtig, diesmal hat mich ein bisschen der Barb gecatcht. Ich versuche seit Tag 1 Earthquake zu spielen. Wie damals in die 3, war mein erstes Bild. Ja, ey. Und da will ich mal wieder aufleben lassen. Ja, auf jeden Fall. Also, diese Season sieht es echt gut aus. Du kannst sogar halb AFK spielen. Perfekt. Damit holt man es ab. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir reden ganz kurz ein bisschen über den PTR, was man da so spielen konnte. Dann ein bisschen über die Erwartungen von dem Add-on. Aber bevor wir losstarten, kann mir einer von euch erklären, ab wann ich jetzt das Add-on spielen kann. Ich habe so viele unterschiedliche Daten. Und sie haben jetzt den Live-Client geändert. Aber in Europa und in US. Weil in US steht jetzt 7. Ich bin voll verwirrt. Seilag, probierst du es mal? Was ist deine Theorie? Also, meine Theorie ist, wir werden eine Downtime haben. Also, das erste Mal eine Season-Pause. Wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Tag oder sowas. Und entweder wir haben die standardmäßigen Blizzard-Release-Zeiten für die Spiele. Was heißen würde für uns, weil Sommerzeit ist 1 Uhr morgens, so wie es beim letzten Mal so war. Oder sie machen es das erste Mal so, dass wir wirklich die Season-Launch-Times kriegen, was dann für uns, wann ist das, 19 Uhr wäre? Das wäre ja richtig geil. Also, du meinst, dass die das Add-on früher aufspielen und dann gibt es eine 12-Stunden-Bause oder so. Helix, wie hattest du dir das ausgerechnet? Also, da jetzt im amerikanischen Launcher der Siebte steht, haben wir ja quasi nur einen gewissen Zeitraum, wo das ja starten kann. Also quasi, weil die meistens, also mindestens sechs Stunden hinter uns sind, haben wir bei uns so einen Zeitraum von 0 Uhr bis 5.59 Uhr, wo quasi das Add-on kommen kann. Und wenn die Season ganz normal startet, wäre das dann quasi am Dienstag um 19 Uhr. Dann hätten wir immer noch einen Zeitraum von 12 Stunden beziehungsweise 14 Stunden, wo wir quasi das Add-on spielen können. Aber es ist alles nur, nichts bestätigt, es ist nur Theorie. Also, du meinst wegen der Zeitzonen, ne? Ja, genau. Okay. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es wie beim Launch machen eigentlich, dass sie quasi das Add-on releasen am 7. Und dass dann erst mal noch keine Season gibt, also so wie es am Launch auch war. Und dann geht die Season halt den Tag danach los, am Dienstag. Weil wir haben ja immer mehr Schaden am Dienstag und dann ist auch ein guter Zweifel, die Season schadet ja immer am Dienstag. Okay. Also, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist so, ist okay. Sonder, dir ist egal. Ja, ich sehe das so irgendwie, Rob, dass wir halt einen Tag vorher die, die ins Add-on reinkommen und einen Tag delayen und dann die Season entspannt starten können. Wäre auch eigentlich ganz cool, Dann könnte man auch schon mal die, die Story halt schon mal in Ruhe, sag ich mal, anspielen und man hat nicht diesen Season-Stress so, ich muss jetzt Progress machen, ich muss jetzt ins End gehen. Sondern das finde ich eigentlich ganz nett. Glaubt ihr, man kann die Story überspringen oder wird man die spielen müssen? Weil das war ja beim Original Diablo 4 war es ja notwendig, einmal die Story und danach hattest du erst die Möglichkeit zum Jumpen. Das weiß man jetzt nicht. Aber wenn du jetzt eine neue Klasse machst und springst, bist du dann im Add-on bei der Story oder hast du alles übersprungen? Doch, die Devs haben schon gesagt, wir müssen es einmal spielen, bevor wir den Campaign Skip freischalten können. Du musst einmal die neue Story spielen. Genau, das war auch schon auf dem PTR, also du konntest quasi nur bis zum letzten Punkt jetzt springen. Also das war so ein ganz komisches Wording, dass du quasi sozusagen bis vor einer Handtuch springen kannst in der Story. Genau, und dann haben sie ja gesagt, dann sollst du so ein Recap-Video kriegen, falls du die Original-Story nicht gespielt hast, wo dann so kommt hier Previously on Diablo 4 und dann kriegst du so ein kleines Recap. Ja, sie weint innerlich. Ja, ich hasse Story-Spielen. Also ich habe schon gesagt, ich stecke bei jedem bei euch eine zweite Tastatur an und wenn irgendwer eine Story, irgendein Video schaut, drücke ich auf Escape, weil es da irgendwer verleitet wird, dass er sich glaubt, oh, ich muss jetzt schnell eine Story schauen. Rob, ist das bei dir? Story schauen? Ja, ich habe da auch keine Ahnung von der Story. Also da brauche ich auch immer Hilfe von meinem Chat oder von der Community. Also da bin ich auch, ich sage immer, wir haben den Mephisto-Hund nicht genug gestreichelt und dann wurde er so sauer, dass er das ganze Century zerstört hat. Und das ist halt die Expansion-Story, wenn mich einer fragt. Das klingt auf jeden Fall vernünftig, ja. Ja, okay. Also muss man praktisch, also werden wir einmal die Story spielen müssen, okay. Was aber dann auch wieder zu dem Punkt dazu zählt, dass sie das Add-on früher bringen, dass man eben die Möglichkeit hat, die Story, die Leute, die es sich anschauen wollen, wirklich genießen können. Alle anderen einfach Escape-Taste durchballern und halt schon mal das Renown sammeln, dass man das dann quasi in der Season nicht mehr erledigen muss, dass man dann schon alles erledigt hat. Das wäre halt natürlich ein guter Punkt, aber ob Blizzard das auch so sieht, wird sich zeigen. Ja, bin ich mal gespannt, dass ich, ehrlich gesagt, rechne ich mit so einer Weltkarte, oder, wo die Zeitzonen eingezeichnet sind und wo dann oben steht, wann wir was spielen können. Aber, ich meine, ich war jetzt ein paar Tage unterwegs, haben sie einen neuen Season 6-Talk angekündigt? Nee, oder? Ja, Nee, müsste irgendwann aber noch kommen. Soll das heißen, seit dem BTR gibt es keine neuen Informationen? Nee, war totenstille bisher, also hauptsächlich, ja. Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Adder noch verschoben wird, jetzt drei Wochen vorher? Null Prozent, glaube ich. Null Prozent? Meinst du? 0,1 oder so. Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, okay. Also ich denke auf jeden Fall, dass noch irgendwie ein Talk oder irgendwas, zumindest Informationen kommen. Wir wissen ja noch nicht mal, dass Season 7 jetzt offiziell, also es gab ja da im Spiel, wenn du diesen Season Button da drauf gehabert hast, konntest du ja schon so ein bisschen was über diese Real Walker sehen, aber also ob dir nichts offizielles gibt es da jetzt noch nichts, also das kommt ja auf jeden Fall noch in Trader und Informationen und dann genau die Startzeiten, also das wird alles noch kommen, denke ich. Okay. Zusammen dann halt eben mit dem PTR-Feedback, was sie vielleicht noch umsetzen können, was sie nicht mehr umsetzen können, aber... Ja, also ich glaube, dass da so viele wahrscheinlich nicht umgesetzt werden, aber bleiben wir gleich mal beim PTR. Wie hat der euch zugesagt? Fangen wir mal bei Rob an. Rob, du hast am meisten wahrscheinlich PTR gespielt. Dein kurzes Feedback? Besser als... Also ich habe sehr viel gespielt. Also ich fand es richtig gut, dass Blizzard endlich mehr Testing-Tools reingebracht hat. Also man konnte ja jetzt halt wirklich alle Glyphen bekommen, man konnte alle neuen Items bekommen. Da gibt es nur noch einen kleinen Verbesserungspunkt. Man hatte jetzt nicht diese Greater Affix Items, die neuen Ancestrials, die hat man nicht so viel bekommen. Also das fand ich ein bisschen schade, aber sonst also die neuen... Der Händler war richtig geil, dieser tanzende Händler, wo man alles sich besorgen konnte, war schon gut. Und auch die... Dass diese Trainingspuppen noch Updates bekommen, dass die einen auch angreifen können mit verschiedenen Schaden und so. Also rundherum war das schon echt ganz cool. Also da gibt es natürlich noch ein paar Probleme, sag ich mal, mit dem Spiel im Endgame und so. Aber großen und Ganzen war der PTR schon ganz cool. Er geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich muss auch sagen, dass ich den Händler, wo du dann die Sachen kriegst. Ich war mega happy, bis ich gesehen habe, dass das Item Level 600 irgendwas war. Dann war ich richtig, richtig angepisst, muss ich ehrlich sagen. Also da musst du fragen, was soll denn das? Also war ein bisschen schwierig, ja. Hilux, wie fandest du ein PTR? Also man merkt langsam, also wir hatten ja jetzt schon ein paar PTRs. Und man sieht, sie verbessern sich. Es wird jedes Mal immer besser. Klar, es gibt noch ein paar Sachen, die halt nicht so gut stimmen, wie jetzt eben die Uniques, mit denen, wo dann die Gegenstandsmacht nicht gestimmt hat. Aber an sich, man merkt, sie tun was. Es geht in die richtige Richtung. Klar, jetzt auch wieder, dass man zum Beispiel die Horde nicht testen konnte und so, was eigentlich schon zum Beispiel jetzt in der jetzigen Season ein ziemlich essentieller Bestandteil vom Spiel war. Wäre jetzt wichtig zu wissen, was man da jetzt alles rausbekommt. Bekommt man die Masterwork-Materialien? Bekommt man die Steine, die Gemfragments, wo man jetzt natürlich auch benötigt für die Höheren oder dann später um die Glyphs Ja, und kriegt man das Gold, ne? Genau, weil wir haben jetzt immer noch eine wirkliche Gold-Farm-Möglichkeit, außer halt Evidence and Truth of Whisper oder halt jetzt eben in Season 5 die Horde. Ja, verstehe. Seilak, was ist deine Meinung bei dir? Ja, ich bin positiv überrascht. Ich fand es im Gegensatz zu Season 5, was ich schon echt ja, unspielbar fand, gefühlt. Also hat es echt keinen Spaß gemacht, irgendwas zu testen, fand ich Season 6 sehr, sehr angenehm. So wie Rob auch schon gesagt hat, ich fand den NPC auch sehr gut. Ich fand es persönlich leider noch ein bisschen umständlich mit dem NPC ja, umzugehen. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie einfach so ein Händler-Interface gemacht hätten und dann hätte man sich da die Caches für die Uniques oder für die Legendaries rausholen können, anstatt dass man die ganze Zeit immer zwischen dieses ja, zwischen dieses Gesprächsmenü da wechseln musste und man musste irgendwie ja alle Unique-Sachen kriegen, auch wenn du vielleicht irgendwie nur normale Uniques haben wolltest oder sowas. Ja, das fand ich noch ein bisschen umständlich, aber schon schon deutlich besser. Okay. Sondern eine Meinung zum BTR und warum Barbar die beste Klasse ist? Er kann viel Waffen tragen. Ist ein riesiger Vorteil, ne? Ein riesiger Vorteil, ja. Also gerade mit dem Stat-Crash, ne, der PTR allgemein fand ich ziemlich mittelmäßig, ähm, ehrlicherweise. Einfach, weil die ersten zwei Tage vom reinen Testen halt schon wasted waren. Ähm, diese Level-Phase 1 bis 50, du kannst dich boosten, fand ich halt fragwürdig. Ähm, und dann hinten raus auch, es war irgendwie, ja, man konnte nicht wirklich testen, weil man trotzdem noch 10, 12 Stunden grinden musste, um ein Bild zu bauen, die halt aber auch nicht irgendwie jeder hat, um dann am PTR rein zu grinden, wo es ja gelöscht wird. Hm, ja, das ist so ein bisschen das Problem, also wenn der Händler das nächste Mal dann das Update bekommt, dass man dort die Gegenstände direkt kriegt, dann glaube ich, sollte das hoffentlich besser funktionieren. Sagen wir mal so, ja. Dann sollte das besser funktionieren. Robby, schätzen du die Chancen ein, weil du hattest ja das Video mit diesen super broken Builds, dass zumindest das gefixt wird, weil Infinite Schaden hatte ich noch nie gesehen in Diablo, muss ich ehrlich sagen. Nee, war bei mir auch zum ersten Mal. Also das war schon heftig. Ich denke auf jeden Fall, dass sie die komplett broken Builds rausnehmen werden. Also sowas wie unendliche Skalierung von Schaden, dass sie einfach immer weiter hochstapelt, das muss auf jeden Fall raus. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall beim Spiritborn halt auch noch sehr viel Potenzial und ich glaube, da ist halt so, wo die Aufmerksamkeit ist und auch sein muss, glaube ich, dass der Spiritborn halt dann, ähm, ja, irgendwo in die Balance irgendwo zumindest reinpasst. Also ich glaube generell, dass die neue Klasse halt extrem stark wird. Haben wir ja auch schon gesehen, diese Zweihandglewe da mit 10 zu allen Fertigkeiten und so, also da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen ansetzen. Also ich bin auch, klar ist cool, wenn die neue Klasse sehr stark ist, aber es muss doch irgendwo noch ein bisschen im Rahmen bleiben, dass man eine faire Balance hat. Aber ja, die ganzen broken und completely, like, unendlichen Schaden Builds, ich denke mal, die werden sie schon beheben. Und da gab es jetzt auch nicht so viele. Dann reden wir mal über den Mage Build. Ist der broken jetzt, dieser Spear Lightning oder was war das, der, was jetzt in Season 5 schon krass war und dann BTR auch? Der hat ja auch mal runtergenervt, oder? Der ist einfach overpowered, aber da ist jetzt nicht irgendwie, zumindest nicht, dass ich weiß, irgendeine Mechanik, die halt irgendwie verbuggt ist. Es ist einfach halt extrem stark, dieser Splintering Aspect, Splintering Energy, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Aber dieser Aspekt, den du halt auf die Waffe machst, wo dein Lightning Spear halt AOE noch mehr Schaden macht, der ist einfach extrem stark. Okay, ja, kann schon sein, da müssen sie den Aspekt angehen, damit man das rüber geht, weil das geht ja doch 20 Stufen, oder was ich gesehen habe, also sehr, sehr viele Stufen über alle Klassen und da muss man mal gucken. Ja, ich meine, jetzt hier mal zum Spiritborn, wenn wir da mal ganz kurz drauf einstehen, also wir hatten ja schon die Möglichkeit, den mal anzuspielen, ich meine, das war jetzt wieder nur bis Level 30, ist ein bisschen schwierig, dass der in der Testphase nicht dabei war, weil der kommt einfach ungetestet ins Diablo-Universum, ne? Also der wird halt entweder alles zerlegen oder hinterher hingen, aber ich denke mal, es wird eher das Erste werden, weil wir hatten uns auch das ein bisschen angeschaut und vor allem der Centipede, also mit diesem Giftbild oder so, also ich hatte auch drüben mit dem Blizzard, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen hatte, mit ein, zwei von den Blizzard-Mitarbeitern am Stand da während der Gamescom, die meinten auch, also was sie so intern gespielt haben, war halt dann diese Gift-Spielung nochmal einiges über allen anderen, also das wird mal auf jeden Fall spannend werden. Wie sieht's denn so? Ja, aber hat man jetzt auch schon, glaube ich, gesehen, auch dann im Data-Mine-Gest, da kamen schon die neuen Aspekte vom Geistgeborenen wieder und da haben sie schon einige Zahlen auch runter, runtergetunt, weil es war, glaube ich, doch ziemlich extrem, also gerade was die Cooldowns angeht und so und auch teilweise Damage-Skalierung ins Endgame-Aspekte und Uniques, da haben sie schon halbiert quasi. Halbiert, okay. Wie findet ihr denn so den Items-Quish? Ich erkläre das ganz kurz, wenn das nämlich dann jemand nachschaut, also es werden in Diablo 4 die ganzen Gegenstandsstufen und alle Items werden mal runtergebrochen, weil die Zahlen zu extrem sind. Wir nehmen jetzt Rob's Video aus mit den Broken Builds, weil da sind die Zahlen höher als jetzt am Live-Server. Wie gut findet ihr ist das gelungen? Sonder, du darfst als Erster. Finde ich ehrlicherweise ziemlich gut. Ich hätte es mir nur in allen Bereichen gerne gewünscht. Also das heißt, wir haben jetzt den Erleben wir bei Rüstung, bei Leben und beim Waffen-TPS, aber man kann immer noch 150% Crit-Damage rollen. Oder jetzt gerade Spirit-Bomb zum Thema, das ja halt ziemlich OP ist. Hedex und ich haben viel im Planner verbracht und da hatten wir teilweise Sets gesehen von ich sag mal Crit-Damage 22.000, was einfach viel zu hoch ist. Also der Screech ist gut, aber er ist leider nicht am Ziel angekommen, weil die auch Glyphen zu stark sind, der neue Power-Spikes zu hoch. Okay, okay, da stehen wir so weiter. Seilak, hast du was aus dem Data-Mining und so von den Zahlen her? Ja, nee, nicht aus dem Data-Mining, aber viel Erfahrung, was WoW angeht, da haben sie es ja auch schon oft genug gemacht. Ich muss sagen, das erste Mal, dass es richtig nach hinten losgegangen ist. Ich bin nicht super, also ich bin eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit dem Squish. so wie viele Leute gesagt haben, mit dem Power-Creep und sowas auch noch dazugekommen ist, in der Expansion ist es teilweise sogar noch höherer Schaden als vorher, obwohl wir den Dead Squish hatten. Ja, ich persönlich bin noch nicht so der Fan und ich mag es immer, wenn die Sachen ein bisschen leserlicher sind. Du hast also DPS, okay. Nee, du bist rausgeholt, okay, alles klar. Rob, was ist deine Meinung, Dead Squish? Ja, ich mach gerne ein paar Bar-Billions Schaden. Ein paar Bar-Billions. Aber, ja, sie können die zahlen halt schon. Also wenn es dann in die Trillionen geht, ist es zu viel auf jeden Fall. Also das Problem ist halt immer nur mit dem Statsquish, du darfst halt dann, wenn du Level 1 bist, halt nicht 0,02 Schaden machen. Das ist halt auch scheiße. Also solange du noch 1, 2 Schaden machst auf Level 1, geht das ja. Ich denke, was sie machen könnten und da verstehe ich auch nicht ganz, warum sie das geändert haben, ist zum Beispiel dieses Main-Stat-Scaling. Also du kriegst ja jetzt pro Punkt in Stärke halt doppelt so viel Schaden wie vorher und da verstehe ich nicht ganz genau, warum sie das jetzt gemacht haben. Und das Zweite, was du auch schon angesprochen hast, Sonderwauw, sind auf jeden Fall die Glyphen. Also wenn du die auf Level 100 levelst, die sind einfach so stark und die haben dann einfach mehrere Multiplikatoren. Der zweite Bonus gibt dir irgendwie nochmal 10% multiplikativ und dann der dritte Bonus, der legendäre Bonus, gibt dir nochmal irgendwie 30% multiplikativen Schaden. Dann hast du 5 Stück von den Dingern und die skalieren sich natürlich total krass hoch, dass du am Ende einfach nochmal 3-0 an deinen Schaden dranhängen kannst. Und ich denke mal, wenn man da anpackt, so den Waffenschaden, dass der reduziert ist, das finde ich ganz gut und wenn sie das Stat und die Glyphen ein bisschen reduzieren, dann denke ich mal, kann das doch noch ganz gut gelingen. Okay, ja, also es ist hoffentlich noch nicht ganz am Ende angekommen. Ich muss auch sagen, ich habe auch nicht gesehen, dass der Stat Squish nicht alle Bereiche getroffen hat, was er eigentlich hätte sollen und das mit den Glyphen, also ich weiß nicht, wer es für eine gute Idee fand, dass man die dann doppelte Reichweite hatten. Also auf die Frage auch hin mit den Paragon-Boards, weil die Paragon-Boards sind jetzt auf 5 gecappt und sie haben sie ja leicht umgebaut und ich habe mir das beim Bar-Glyphen angeschaut, du hast ja sehr viele tote Knoten oder gar keine Knoten in den Glyphen drin, also es ist ja schon ein bisschen mehr Show mit den doppelten Reichweiten, weil du erwischst ja eigentlich nicht richtig cooles, weiß ich nicht, ja. Hillex, wie findest du Paragon-Umbau? Also erst mal, dass sie das auf die 5 Boards gecappt haben, ist schwierig, kann man drüber diskutieren. Manche Builds reichen 5, aber andere Builds, die haben halt teilweise, die haben die immer noch solche unnötigen, legendären Nodes, dass man damit eigentlich, dass man viel zu viele Skill-Punkte hat oder beziehungsweise Paragon-Punkte, die man verteilen kann. Da wäre vielleicht ein sechstes Board praktisch, dass man halt auch wieder dieses stupide, ich fülle einfach alles aus und das war's. Ich muss mir nicht mehr über Wege Gedanken machen, ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, wo nehme ich was, worauf muss ich verzichten, dass ich wieder was mitnehmen kann, das fällt einfach komplett weg. Klar, es ist natürlich für die meisten Leute auch recht schwierig, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, wo du quasi nicht mehr weißt, wo du deine Paragon-Punkte verteilen kannst. Das ist dann irgendwo bei 250 plus, da werden wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht hinkommen. Wenn die XP-Kurve so bleibt, wie es jetzt gerade auf dem PTR war, wir konnten die Horde nicht spielen, wir wissen nicht, wie viel die Under City gibt, wir wissen nicht, was aus der Dark Citadel kommt, das wird ja alles noch, plus Season-Thema natürlich. Aber ansonsten, auch die Glyphel-Range und so, auch jetzt nochmal auf das Thema vorhin zurück, mit auf den Stats-Quish zurückzukommen, es hätte glaube ich gereicht, wenn sie einfach nur den Radius erhöht werden, ohne diesen Multiplier auf jeder Glyphel unten drauf. Das wäre für den Stats-Quish wesentlich besser gewesen. Ja, um das dann zu Dings zu haben, Rob, deine Meinung, fünf Boards, du als Boardmeister, Hopper, jedes Mal bei deinem Bar-Bild, muss ich alle Boards nehmen, also. Ja, also, mache ich gerne, also das, ich finde, das nimmt aus meiner persönlichen Sicht sehr viel vom Spiel weg, weil jetzt hast du einfach nicht mehr wirklich ein Choice, also du musst ja jetzt, also du kannst ja nur fünf Boards nehmen und dann hast du nachher so viele Punkte zum Ende hin, dass du quasi jedes Board einfach komplett voll machen kannst mit Punkten oder fast komplett und das macht halt dann ja die Auswahlmöglichkeiten halt irgendwie komplett zunichte, weil jetzt hast du es halt so, dass du halt sehr effektiv skillen musst, dass du halt so viele Glyphs und so viele Knotenpunkte, legendäre Knotenpunkte wie möglich mit reinnimmst und das hast du jetzt halt nicht mehr. Andererseits verstehe ich es halt natürlich aus einer eher Casual-Sicht, also für, ich sag mal, 90% der Spieler in Diablo 4 wird es halt, denke ich mal, eine ganz gute Lösung sein, weil die vielleicht maximal bis 150, 200 Paragons spielen werden und dann können selbst so Gelegenheitsspieler halt dann sagen, ich habe meinen Charakter jetzt fertig, so gesehen, also bis, weiß ich nicht, Paragon 150 bin jetzt fertig, ich habe jetzt meine fünf Boards, ich habe meine fünf Glyphen, ich habe meine fünf legendären Knotenpunkte und dann kann ich jetzt entweder ein anderes Spiel spielen oder den nächsten Charakter machen oder was auch immer, aber jetzt für Leute, die es dann halt doch ein bisschen mehr spielen als ein paar Stunden die Woche, da ist dann auf jeden Fall so die Möglichkeiten, sein Builds individuell zu bauen halt nicht mehr so gegeben. Ich denke auch, dass wir halt mit diesen Five Paragon Boards halt einfach komplett die gleichen Builds sehen werden, weil es macht einfach dann gar keinen großen Unterschied mehr, ob du den Punkt da irgendwie links oder rechts machst, jeder hat halt irgendwie nachher die gleiche Skillung und das finde ich halt ein bisschen schade. Also ich denke mal, da gibt es vielleicht einen guten Kompromiss, weil Unlimited Paragon Boards wäre halt auch zu krass, dann würde jeder halt nehmen auf Level 300, sondern vielleicht irgendwie sechs Boards oder sowas wäre vielleicht noch ein ganz guter Kompromiss und da hoffe ich insgeheim drauf, aber ich glaube, dass sie da eher ein bisschen beratungsresistent sind und dass es dann bei den fünf Boards zumindest jetzt erstmal bleiben wird. Hast du das gefeedbackt? Ich hoffe natürlich, dass da viele Leute viel Feedback geben. Ja, hast du es gefeedbackt, oder, dass man dann von dem Board Capping her mitunter auch ein Problem ist, weil, was du auch sagen musst, wo ich, ich, mir, ich, bevor ich einen Paragon Punkt auf einen Knoten setze, der zehn Rüstung gibt, vergebe ich den Punkt gar nicht, weil das ist ja wohl eine Frechheit. Was ich meine, so gesamt gesehen von dem Stat-Gewinn her, also finde ich ein bisschen schwierig. Müssen wir mal schauen. Silek, Paragon Board? Ja, als jemand, der viel spielt, so wie Rob gesagt hat, ist es nicht wirklich optimal. Ich muss sagen, als ich ursprünglich die, bevor das System announced wurde, als ich ursprünglich die Interviews gehört hatte und da gesagt wurde, dass so die Hauptphilosophie war, ja, Leute gehen im Moment nur auf Glyphen und es gibt keine wirkliche Entscheidung und wir wollen alle anderen Sachen, so wie die Legendary Notes und Rare Notes und sowas interessanter machen, dass die Leute sich dafür vielleicht auch entscheiden, dachte ich erst so, oh cool, vielleicht kriegen wir ja ein komplettes Rework, was so die ganzen Boards anging. Und ja, im Nachhinein war es dann einfach nur so, ey, ja, wir limitieren das auf fünf, deshalb musst du dann einfach irgendwelche Rare Notes oder irgendwelche blauen Notes mitnehmen, die vielleicht nicht so cool sind. Also ich hätte mir persönlich gewünscht, dass die auch überarbeitet worden wären und ich glaube auch, so wie Rob gesagt hat, dass sie das gemacht haben, so ähnlich wie es, ja, so in Richtung Diablo 2, dass man halt, ja, die meisten Leute spielen irgendwie so bis Mitte 85, 90 oder sowas, aber die restlichen Level sind dann nicht mehr so, ja, so wichtig, weil dann machst du halt da deine plus 5 Mainstead rein oder plus 10 Armor, wie du gesagt hast, Jesse, und ja. Dann ist das Ding, nee, warte ganz kurz, Rob, eines Ding, das ist jetzt ein bisschen eine kritische Frage, aber findet ihr die Richtung, die in die Diablo 4 einschlägt, mehr Casual-like, ist die falsche? Kann euch Diablo 4 als Vielspieler verlieren? Frage direkt an Rob, wenn es noch einfacher wird, noch mehr Casual, gibt es dann irgendwo, wo du sagst, nee, komm, jetzt reicht es mir langsam, weil jetzt habe ich dann... Ja, vielleicht würde ich dann die Stunden ein bisschen runterschrauben, also weil dann lohnt es sich halt nicht, dass du halt da, sag ich mal, noch mehr Zeit in deinen Charakter investierst, weil das macht halt so viel Spaß, einfach, dass du halt deinen Charakter immer noch weiter irgendwie verfeinern und besser machen kannst, aber wenn das halt komplett, dass du halt 99,9% der Stärke halt nach 10 Stunden hast, dann macht es jetzt halt auch irgendwie nicht Sinn, dann hunderte Stunden zu grinden für halt nix und wieder nix, so gesehen, ne? Aber ich wollte noch auf den Punkt von den Zalek angesprochen, also ich finde es irgendwie dann ein bisschen komisch, ne? Die Daten von Blizzard sagen, was die Interviews dann auch kommuniziert haben, ja, die Leute nehmen nur die Glyphen. Okay, dann ist doch jetzt die logische Schlussfolgerung, nicht ich cappe die Paragonal, boah, also dann ist doch die logische Schlussfolgerung, dann muss ich halt mal die anderen Sachen buffen. Ja, ist halt eine Zwischenlüse. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Das hätte ich halt auch erwartet. Ja, bei der einen Sache müssten sie halt alles umändern und bei der anderen Sache, ja, kannst du einfach sagen, ja, wir limitieren das erstmal und machen das andere vielleicht später. Ist halt easy fix, ne? Aber das ist halt irgendwie nicht so, das Hauptproblem ist immer noch da. Wer hat denn den Idealista eingeladen? Das ist genauso, Rob, wie du sagen könntest, 85% der Spieler spielen solo, wir bringen einen Raid. Weißt du, wie ich meine? Das muss, du musst genau das Unerwartete machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Immer gegen den Strom. Ja, immer gegen den Strom. Wir geben den Kurs vor, dann werden die Leute einfach gezwungen. Das war wie damals im WoW, ja, 90% der Leute finden Worldquests mega cool, ja, weil sie dich genötigt haben, das zu machen. Also, ist ein bisschen schwierig, aber ich verstehe deinen Ansatz. Also, ja, mal schauen, also, wenn es in eine zu starke Casual-Richtung geht, weil, so wie du sagst, wenn du praktisch mit 20 Stunden 90% der Stärke oder den Ausbaustufe des Charakters erreicht hast, warum solltest du dann weiterspielen? Du spielst noch den einen oder anderen, aber irgendwann ist dann halt auch mal finish. und dann kommen wir ja auch gefühlt hin mit den Paragonboards, ne? Dann hast du halt, weiß ich nicht, dann hast du dein Level 150, 200, nach ein paar Stunden fertig und dann willst du noch weiterspielen, für fünf Mainstead oder für fünf Prozent aritativen Schaden, wenn du schon 10.000 Prozent hast? Ja, finde ich persönlich auch ein bisschen schwierig, die Richtung einzuschlagen, was so diese, ja, was so das angeht, dass man schneller fertig wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so die generelle, das ARPG-Genre geht irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Jetzt halt das mal den Beiflag, wir haben POE 2 gespielt, also das Genre geht sicher nicht in diese Richtung, weil da... Okay, das Genre geht in die Richtung, sorry, ich meinte es so von wegen, dadurch, dass wir diese ganze Zeit diese Seasons haben, dass wir diese, diese gefühlt, diese Ansprüche bei ARPGs haben, ja, wir spielen eine Woche, dann gehe ich weg und dann komme ich bei der nächsten Season wieder, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass die Ansprüche so gering sind bei ARPGs. Naja, das Modell... Es ist halt aber halt auch ein sehr schmaler Grad von, ähm, wie leicht kann was, also kann durch von den Cashflow-Spielern was erreicht werden, ähm, was aber halt dann quasi für denjenigen, der länger spielt oder viel spielt, nicht zu krass wird. Also keine Ahnung, nur wenn einer dann 100 Stunden spielt, darf der nicht irgendein Content laufen, was andere, die Cashflow-Spieler, gar nicht schaffen können. Warum? Das ist, also, es müsste, Beispiel die Pit, 100, also man soll die Glyph auf 100 leveln, das sollte jeder laufen können, aber dann sollte es zumindest für die Leute, die noch mehr spielen können, darüber hinaus, Stufen oder mehrere Level geben, keine Ahnung, mit Leaderboard oder sonst irgendwas, dass die Leute, die sich die mehr spielen, sich dann an irgendwas orientieren oder irgendwie sich gegenseitig challengen können. Weil jetzt ist es ja wieder dann, für was brauche ich jetzt Level 100er Glyphen? Für welchen Content? Ja. Es ist halt, also, es ist ja alles auf WT4 gecappt. Die Ander City wird auf WT4 nicht stärker sein, als die Dark Citadel oder die Pit auf 65, weil alles WT4 ist. Außer sie müssen wieder ein anderes Scaling hier reinbringen, aber davon wollten sie ja weg. Also, ich sehe Qual 8 mit der nächsten Season. Rob, siehst du das auch? Ah, das ist natürlich schon sehr der Diablo 3 Weg. Also, generell kann man ja schon viele Parallelen erkennen, was ja auch nicht, an sich nicht schlimm ist. Also, ich fand Diablo 3 in vieler Hinsicht auch geil. Die haben coole Systeme, wie zum Beispiel die Armory und da würde ich mir wünschen, dass Blizzard da halt auch nochmal ein bisschen mehr Inspiration von nimmt. Aber ja, bei diesen Qualstufen, also, da finde ich das, die Skalierung halt einfach aktuell nicht passend. Also, die Schritte sollten deutlich weiter auseinanderliegen als das, was sie jetzt sind. Und ich finde es auch komisch, dass dieser Pentient, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, der Schwierigkeitsgrad, dass der halt nicht von Level 1 verfügbar ist. Also, wenn ich doch, weiß nicht, eine Herausforderung will, dann, ja, dann gib mir doch die Option, weil es ist vielleicht nicht effektiv, aber ich könnte halt, ich habe die Option, ich habe die Freiheit, das zu tun, was ich will. Aber so ist man halt sehr eingeschränkt und diese ganzen Caps, Paragon Board Caps, Movement Speed Cap, die ganzen Knotenpunkte gecappt und Vulnerable Damage gecappt, Crit Damage gecappt. So, das finde ich halt nicht so geil. Das schneidet einen halt so in der Freiheit und in der Build Vielfalt halt zu sehr ein, finde ich. Ja, weil es erleichtert das Balancing für Blizzard. Ja. Aber anscheinend nicht. geil für das Game, finde ich. Ja, aber es ist trotzdem, ja, ist so ein bisschen was Sonderpersenz zu. Ja, ich würde da mal so einen Casual Take reinwerfen und zwar fand ich, dass die, das alte Paragon System so ein bisschen, hatte ich angefühlt, wie so ein, ja, wie eine Leveling Phase. Also es gab oftmals, das ist das Thema, dass wir Level 95, 98 leveln mussten, damit das Bild spielbar wird, weil auf Board 7 dann Essence on Kill dazukommt. Und ich finde es jetzt ganz schön, dadurch zu sagen, okay, wir haben mit Paragon 150 ein Bild, was fertig ist, was spielbar ist. Ich bin im Endgame angekommen und kann von da aus jetzt weiter optimieren. Ich kann die Glyphen maxen, ich kann, ja, im Pit weiter hochpushen, ich kann Ancestral Items finden. Also es fühlt sich jetzt ein bisschen mehr an nach, okay, ich erreiche das Endgame und kann weiterspielen und vorher war es halt so ein, okay, ich muss leveln bis Level 100, hab die Levelphase überlebt und denke mir dann, okay, was mach ich jetzt? Von daher, für mich persönlich geht es eigentlich in die richtige Richtung. Ich muss da persönlich Helix recht geben. Ich finde, ja, es gibt viel Luft nach oben, um noch weiterzuspielen, aber wofür? Es ist halt irgendwie, wir laufen halt so ein bisschen mit dieser Philosophie rum, vielleicht mach ich mich damit unbeliebt, dieses jeder Spieler muss alles erreichen können und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Das ist richtig, da hake ich ein. Im Prinzip geht es darum, dass der, also der Weg ist richtig, aber der Powercube ist zu hoch. Von mir aus ist es okay, wenn wir nicht sagen, hier, Pit 100 ist max, dann lass uns halt nur Pit Level 80 erreichen und dann musst du halt die Glyphen, wenn du sie höher haben willst, mit einem Prozent dann hochhauen. Meinst du, wie im Diablo 3 die 150er-Games oder so, wo dann die Einprozent da dahin nimmst? Dass das quasi, wenn du halt dann mehr machen möchtest, kannst du das tun, aber lass uns doch nicht schon am PTR in Woche 1 dann beispielsweise halt ans Cap ran pushen. Ja, ich hoffe eben, dass das nur ein Scaling-Test war und die die PTR-Sachen schon nochmal übernehmen und durchhalbieren, weil das wäre halt, glaube ich, ein bisschen ein Armutszeugnis, wenn da eine anwesende Person, ich möchte keinen Namen nennen, Rob, nach 5 Stunden Level 60 ist und dann halt, keine Ahnung, nach 24 Stunden bei Bit 100 angekommen ist. Also ich glaube, ist auch nicht so sein Ziel. Er möchte ja auch ein bisschen pushen, möchte jetzt ja auch ein bisschen eine Challenge haben und nicht, ja, Blödsack da durchmarschieren, sondern es soll ja auch härter sein. Ich hatte die Diskussion auch hier vor einer Stunde oder so auf dem Stream, also ob ein Casual-Player, der jetzt nur, weiß ich nicht, 1-2 Stunden Zeit hat die Woche, den höchsten Content laufen sollte. Also muss der ein Pit 200 klären oder ein Pit 100? Und da ist meine Meinung ganz klar, nein, muss er nicht, weil das Spiel ist fundamental nicht anders, ob ich jetzt ein Pit 100 oder ein Pit 200 mache auf dem Live-Server. Das macht überhaupt keinen großen Unterschied. Also solange es nicht halt irgendwie einen Reward gibt auf dem höchsten Pit, der halt deinen Charakter nochmal deutlich besser macht und den gibt's ja nicht, sondern es ist halt nur so ein Prestige, wie eben hier erwähnt wurde, dass man halt vielleicht ein Leaderboard hat oder irgendwas, dann finde ich das vollkommen okay. Also solange der, das ist auch für den Casual-Spieler, ist es dann auch okay. Ich laufe die 100, okay, dann lass die doch ihre 150 laufen. Ist mir ja egal, weil, okay, ich will nicht aufs Leaderboard und dann kriege ich ja eh nichts dafür. Aber klar, wenn es jetzt auf dem hohen Pit halt irgendeinen Reward gibt, so, weißt du nicht, irgendein krasses Item, was du halt sonst nicht kriegst, dann sehe ich es auch als problematisch. Aber so fände ich es gut, wenn halt das Endgame halt eine Schwierigkeit hat, die komplett optional sein kann, aber die halt einfach nochmal, wo man sich halt seinen Charakter, die einem halt einen Grund gibt, seinen Charakter nochmal zu challengen, herauszufordern und halt irgendwas zu machen. Und jetzt würde es ja eigentlich das Game noch mehr denn je eigentlich erlauben, oder? Weil wir haben die Schwierigkeits-Reworks gehabt und haben nicht mehr dieses, ey, in World Tier 4 gibt's übrigens dann nochmal ein paar Uniques und so, sondern, ey, es gibt jetzt alle Items ab Torment 1 und wenn du höher gehen willst, dann wird's halt effizienter für die Leute, aber du wirst nicht deshalb, ja, äh, du kannst nicht bestimmte Items nicht kriegen oder sowas, nur weil du Torment 1 nur spielst oder sowas als Casual-Spieler. Und ich frage mich auch, weshalb es da nicht einfach nach oben geht. Ich glaube auch persönlich, ich könnte mir vorstellen, dass einfach sagen, ey, wir machen doch wieder Pit 200 rein, weil ich hab so das Gefühl, anstatt Pit 1 bis 100 zu rebalancen, würde halt auch wieder dieses ganze neue Schwierigkeitssystem ein bisschen, äh, ja, würde da wieder vieles kaputt machen, weil, äh, da dran ist, hängt ja auch solche Sachen wie wann man welche Schwierigkeit freischaltet und sowas. Und ich glaube einfach so diese einfache, äh, Zwischenlösung für Blizzard wäre dann einfach, ja, hier kommen wir, wir hauen einfach wieder die 100 Tears dran und irgendwann, äh, ja, rebalancen wir das Ganze vielleicht nochmal. Ja, aber wir hatten jetzt ja schon, wann kam Diablo 4 raus? Letztes Jahr, vor, ja, eineinhalb Jahren, blöd gesagt. Zwei Millionen, ja. Ja, und jetzt haben wir zwei komplette Reworks mitgemacht, wie oft willst du das Game noch umbauen? Also vielleicht nehmen wir mal einen Kurs und bleiben mal dabei. Also, ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, weil auch den Leuten, wenn da wieder wer herkommt, hey, ich habe jetzt zwei Season nicht gespielt, es funktioniert alles ganz anders. Weißt du, wie ich meine? Du hast so keinen richtigen Kurs und das wirkt auch so, als hat ja Blizzard, das Entwicklungsteam selbst, nicht so den richtigen Kurs, weil im Endeffekt sollten die schon eine Vision haben, in welche Richtung das geht und damit halt, ich meine, ihr Ziel ist es, die meisten Leute zufriedenzustellen, ist ja auch vollkommen legitim, weil Diablo ist ja auch ein Spiel für jedermann, aber ich bin da schon ein bisschen bei, weil ich lese halt immer ganz oft solche Sachen wie, ja, das Spiel soll nicht für Streamer designt werden. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, wir werden indirekt teilweise dafür bezahlt, das Game zu spielen. Wir spielen viel mehr als alle anderen, aber wir sind auch die, die als erst an die Limits von den jeweiligen Sachen kommen, wo du dann halt eine Woche später bist und dann richtig frustriert bist, weil du halt beim Tempering, keine Ahnung, 10 Millionen pro Klick ausgegeben hast oder irgend sowas. Also, ich glaube, es lässt sich auf jeden Fall einen guten Mittelweg finden, hat es ja, Diablo 3 hat es ja auch geschafft. Und wenn du keinen Exklusiv-Content oder, wie es Rob meinte, keine Items gegatet hast hinter einem Schwierigkeitsgrad, den man normal nicht erreichen kann, dann machst du es mit Cosmetics. Sie versuchen es eh, weil im Raid gibt es ja dann kosmetische Items. Ja, okay. Ja, rechtlich. Genau, dann sollen sie Cosmetics machen oder eine Rangliste, wie es Rob meinte, für die, zum Virus für die Pit und wenn es Season vorbei ist, die Top 1000 kriegen ein exklusives Reitdeer oder so, wie WoW das in dem Arena-Modus gemacht hatte oder einen Titel. Ja, dann kann der, dann kann der halt den Titel einblenden, die sich da reingegrandet haben für die Items mit einem Prozent besser, aber zum Spielen kommt halt trotzdem jeder. Bin ich mal gespannt, ja. Bin ich mal gespannt, ich glaube auch ganz ehrlich, der Raid wäre glaube ich auch bei der Community besser angekommen, hätten sie nicht gesagt, dass diese Scroll of Retampering damit zusammenhängt. Wäre jetzt einfach nur diese wöchentlichen Cosmetics und sowas gewesen und nicht so, hey, niemand mag irgendwie Bricking im Moment und ja, das hier ist übrigens die Hauptquelle dafür, dass du da irgendwie Multiplayer machen musst und ich glaube, das ist vielen Leuten sauer aufgestoßen. Ja, weil du kannst es ja außerhalb auch finden. Ja, sehr selten, aber hier kannst du halt Target-Farm, ne, in Dark City. Ja, das ist halt die Frage, wer hat uns das geantwortet, der Brent oder so, wie viel sehr selten war. Ja. Das wäre ein bisschen schwierig. Wie steht dir denn zur Thematik der Söldner? Schauen wir mal vielleicht mit Sonder an. Sonder, möchtest du Söldner haben? Ja, nein, oder ist es wurscht, weil du spielst eh nur in der Gruppe? Äh, ja, ist es wurscht, weil ich eh nur in der Gruppe. Ne, ich finde die Passive-Effekte, dass sie halt eben, obwohl man in der Gruppe spielt, trotzdem halt eine Dater-Brechung haben, finde ich einen coolen Take, ähm, wenn die diese Passive-Effekte mitnehmen können. Okay, okay. Also das ist nochmal was anderes, was ich noch nicht kenne persönlich. Okay. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ich finde, ähm, diesen Söldner-Skill-Tree eigentlich schon ganz gelungen, weil er kann halt Probleme lösen, die dein Charakter hat. Zum Beispiel hast du ja auf einem Söldner, der Webelwind-Söldner zum Beispiel, der kann dann ja auch zum Beispiel die Gegner zum Bluten bringen oder sowas. Und das musst du ja normalerweise oder zum Burn oder was auch immer, das musst du ja normalerweise diesen Status-Effekt irgendwie in deinem Skill-Tree oder in deinem Paragon-Board lösen. Und so gibt's halt sehr viel Support. Sie haben ja auch gesagt, sie wollen nicht, dass der Söldner jetzt irgendwie stärker ist als der Charakter selber. Also du kannst halt nicht jetzt komplett einen DPS-Söldner oder sowas spielen. Also ich denke mal, der wird auch ein bisschen Schaden machen, aber der kann jetzt nicht stärker als dein Charakter sein. Also der supportet dich eher. Und die Sache, dass du halt auch teilweise diese Support-Fertigkeiten dann auch mit in die Gruppe bringen kannst, ist natürlich cool. Und du hast ja quasi die zwei Söldner komplett, also einen Söldner, der komplett mit dir läuft und diese Support-Fertigkeiten, wenn du solo läufst. Und das kann halt auch, ist in der Abo 3 auch passiert, dass es halt diese Gap, die es zwischen Gruppenspiel und Solo-Player gibt, dass halt die Effizienz sich ein bisschen wieder annähern kann. Klar, das Gruppenspiel wird immer noch ein bisschen effizienter sein, aber der Söldner hilft halt natürlich viel mehr im Solospiel. Und das finde ich halt eine gelungene Sache. Da muss ich einhaken, was ist für die Effekte, weil du ja vier Leute in der Gruppe hast, kann jeder den Effekt triggern. Da wird es sicher wieder so einen Meter geben für irgendeinen Söldner, dass du dann von mir aus Dauer-Stunts oder Sonstiges hast und das im Gruppen-Play vielleicht dann viel zu stark ist, weil viermal der gleiche hast oder so. Ich weiß nicht, gibt es Diminishing Returns in Diablo 4 auf die Mobs nach 4, 5 Takes, so wie in Diablo 3? Ja, die können irgendwann nicht mehr gestunt werden. Okay, das wäre die Frage. Wie bei den Bossen, die kannst du halt irgendwann auch nicht mehr zum Taumeln bringen, wenn du halt diese Stagger-Bar immer füllst. Irgendwann dauert es halt mega lange. Ja, wir werden dann Stoppable irgendwann auch, Elite. Genau. Okay. Zalek, was meinst du zu den Söldnern? Ja, ich bin nicht so mega interessiert da drin, weil ich hauptsächlich, also ich spiele fast ausschließlich in der Gruppe und ich muss sagen, diese Reinforcement-Mechanik, ja, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht so mega. Ich habe auch so das Gefühl, dass es eher so sein wird, wie du gesagt hast, Jesse, dass man dann, ja, weiß ich nicht, läufst du mit deinen vier Leuten da rum und alle sagen dann hier, wir brauchen alle irgendwie Cursed Child auf Low-Life-Proc oder alle Cursed Child auf Basic-Skill-Proc aktivieren oder sowas. Aber wie Rob gesagt hat, ich glaube gerade für Solo-Spieler und so, dass sich halt Solo und Gruppe ein bisschen mehr annähert und so, ist es schon ganz gut. Ich bin persönlich ein bisschen traurig, dass man die Mercenaries nicht equippen kann, aber ja. Ja, okay. Hilux, deine Meinung, Solner? Also ich habe mich jetzt mit den Fertigkeiten noch nicht so genau auseinandergesetzt, aber ich denke, das wird sich dann in der kommenden Season wird sich einfach zeigen, wie sie das Spiel beeinflusst. In der Gruppe als auch im Solo-Gameplay. Was ich aber viel interessanter fand, war der, also nicht mal die Söldner an sich, sondern den Shop, wo du bei denen hast, wo du dir dann zum Beispiel auch so Boss-Materiale, also quasi du nimmst die einfach mit, kannst dir quasi aussuchen, welchen Söldner du haben willst, und allein durchs Mitlaufen bekommt der ja Währung und dadurch kannst du dann im Shop, bei dem du zum Beispiel auch Boss-Mats kaufen, um die Bosse zu spawnen und da kannst du wieder dann bestimmt Unix-Target-Farmen und das fand ich eigentlich eine ganz coole Mechanik, dass du halt auch einfach nebenbei, neben dem Spielen die Boss-Mats zusammenfarmen kannst. Das gilt nur für Solo-Spieler, also nur für die Söldner, die fix mitlaufen, nicht für die Brock-Söldner. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, du kriegst, haben sie das nicht gesagt, in einem der Interviews. Also ich habe das gesagt in meinem Interview, aber die haben das nicht so 100% beantwortet. Also wie ich es verstanden habe, kriegst du auch Progress teilweise noch in der Gruppe. Ja, genau. Und ich glaube, von diesem zweiten Söldner. Ja, genau. Und du kriegst ja hauptsächlich den Report oder wie auch immer es heißt und diese Pale Marks hauptsächlich über die ganzen neuen Events, die gab es ja auch auf dem PTR, das sind dann die, wo du dann einem der Söldner hilfst und dann da kriegst du ja dann Ruf immer jeweils mit den Leuten und so, wie ich das verstanden hatte. Ich weiß gar nicht, ob es nur bei Rob's Interview war oder auch bei irgendeinem anderen. Und das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Okay, bin ich mal gespannt. Das heißt jetzt auf jeden Fall, wenn du Solo spielst, eine gute Möglichkeit, um mehr Mats zu kriegen, weil dieser Gruppengap so hoch war für Solo und Gruppenruns bei Bossen und so. Wie findet ihr denn das, dass die 200er, also diese Überbossmechanik raus ist mit den Stickstones? Schon ein bisschen schade, oder? Die hätte man doch auf Torment 4 noch was mitnehmen können. Oder ist es wurscht? Fangen wir an Rob. Du bist ja der Boss. Ja, ich finde, wir drehen uns halt ein bisschen im Kreis damit. Also die rescalen das immer wieder. Also ich, eigentlich sind die Steine halt auch ein bisschen, also haben keinen Sinn jetzt mehr, weil du hast einfach die Schwierigkeitsgraden, die es halt dann, ja, härter oder einfacher machen für die Bosse und du hast halt immer die gleiche Anzahl an Materialien. Also das heißt, du kannst den Boss jetzt deutlich öfter beschwören, aber der Boss an sich droppt halt deutlich weniger Items. Also du kriegst, glaube ich, jetzt fünf Uniques, für den Bosskill und du kriegst überhaupt keine legendären Items mehr. Du kriegst nur noch die Uniques und es ist verdammt schwierig, ein Ancestral zu bekommen, selbst auf Torment 4. Und es ist teilweise sogar einfacher, das habe ich in meiner Community und in meinem Stream auch gehört und getestet, dass du quasi, es ist einfacher, ein Über-Unique zu bekommen oder ein Mythic-Unique als jetzt zum Beispiel ein Greater Affix normales Unique, weil die Über-Uniques jetzt immer ein Greater Affix haben. Die haben ja immer dieses Sternchen jetzt und das ist natürlich ein cooler Change, aber jetzt ist es halt verdammt schwierig, einfach ein Unique zu bekommen. Ich habe versucht, diese Barbar-Einhand-Waffe, dieses Einhandschwert, Ramalaldi zu bekommen, was deine Wut, deinen Schaden skaliert und das hat einfach irgendwie vier, fünf Stunden gedauert und ich hatte quasi unendlich Materialien, unendlich Blut bei dir und habe es einfach nicht bekommen. Also es hat vier Stunden gedauert und das hat für mich effektiv vier Stunden gedauert. Jetzt überlege ich mal einen Casual-Spiel, der das ganze Blut noch farmen muss und der nicht so schnell den Boss tilt hat. Also der ist da ja tagelang dran. Also da können sie auf jeden Fall noch deutlich was machen. Es ist ja generell, also auf dem PTR hat sich die Drop-Rate von diesen Ancestrals, hat sich, also selbst in Torment 4, es ist ja fast nichts gedroppt. Wie soll dann jemand, der nur Torment 1 spielt, also die Möglichkeit ist ja gleich null. Da finde ich eher nur Mythic, bevor ich da irgendein gutes Ancestral finde. Es ist ja nicht nur die Tatsache, dass du ein 800-Item, also mit einem Greater Arphix, findest. So, das muss ja auch die richtigen Stats droben haben. Es ist ja, wir kommen dann irgendwann an den Punkt, wo wir dann einfach nur die Items droppen mit einem GA, wo wir dann den GA wegrollen. Hauptsache das Item ist 800 und wir können es zweimal tampern. Also bei den normalen Gegenständen, jetzt abgesehen von den Uniques. Und das ist halt, so keine Ahnung. Dann ist mit den Stuygen Stones Season 4 reingekommen, Season 6 werden sie wieder entfernt. Es ist halt, also im Nachhinein, ich musste nur so lachen, ich glaube bei Rob, bei dir war das so, wo du dann das Interview hattest, wo du dann die gefragt hast, wie sie das Problem fixen wollen, dass so viele Items kommen. Man muss ja quasi dann, du machst einen Boss, und rausporten, na ja, genau, muss die ausgelacht haben. Musst du die Stadt porten und dann, oder keine Ahnung, ob sie dann irgendwie so einen Amboss oder so spawnen können oder so. Und die haben bestimmt schon im Hinterkopf gedacht, ja, du warte mal bis Season 6, dann hast du nicht was Probleme, dass zu viele Items kommen. Dann droppen keine Items mehr. Ja, genau. Ja, das ist, okay, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Gibt es offizielle Droprates jetzt für diese Music Items? Weil es war ja aus dem letzten Stand eineinhalb Prozent pro Boss, oder? Oder wie war das pro Item? Aber da haben die Bosse fünfmal so viel Loot gedroppt, bei dreimal so viel Mats. Und jetzt hast du was? Maximal vier Items pro Boss auf T4 oder fünf? Fünf, ja. Fünf Items. Ist halt, also ich hatte ein paar Bosse getötet, ich hatte kein lila Item. Aber... Also ich kann das auch unterstreichen, was Rob gesagt hat, also mit den Mythic Uniques, dass man die deutlich einfacher kriegt. Ich habe ein bisschen Testing gemacht für den User-Ticket, den ich rausgehauen hatte mit diesen undokumentierten Changes. Ich habe da auch mehrere hundert Runs gemacht und zum Beispiel auch auf Torment 1 und da droppen halt ein bis zwei Uniques auf Torment 1 und ich hatte mehrfach ein Mythic Unique und kein einziges Ancestral dabei. Also, ja. Ich finde halt, man wird durch diese Entfernung von den Sticking Stones als, ich sag mal, Low-Level-Spieler extrem abgestraft. Also, vorher war es ja so, okay, du steckst mir mal Mats rein, kriegst mehr Loot, alles klar. Und jetzt ist es halt so, der Unrechtliche zwischen T1 und T4 ist halt von der Mattenmenge, die du brauchst, halt identisch. Das heißt, du wirst massiv abgestraft dafür, dass du T2, T3 läufst und vielleicht zu T4. Ja, ich kann auch schon sehen, dass dann im Party-Finder danach ein großes Problem entsteht, dass sehr viele dann von Air-Casual-Spielen, die vielleicht noch gar nicht bereit sind, in Welt-T4 oder in Torment 4 das zu laufen, dann einfach trotzdem in Torment 4 eine Gruppe suchen, obwohl sie überhaupt keinen Schaden machen, weil sie einfach diese erhöhte Drop-Rate haben wollen. Also, ich weiß auch nicht, ob sie das irgendwie dann nochmal gaten können. Du hast ja aktuell diesen, du musst ja dann das Pit-Level irgendwie erst besiegen. Ja, das meinte ich ja, oder? Du musst das ja freispielen. Ja, aber du kannst dich da halt auch durchcarryen lassen. Da sehe ich dann schon da hier, ich suche jetzt eine Gruppe, die mich mal eben durch den 60er-Run carriert und dann leete ich einfach den Boss hin. Also, das ist halt schon ein großes Problem auf jeden Fall, glaube ich. Und da gibt es ja auch im Group-Finder die ganzen Carry-Tags drin. Da gibt es dann die Pit-65-Carry-Runs für 50 Millilie oder was weiß ich. Ja, genau. Ah, okay. Da gibt es dann die, ich ziehe euch durch alle, also ich level euren Charakter auf, Level 60 plus Tier, äh, Pit-65. Okay. Muss man die Pit nicht solo machen, um es freizuspielen? Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht müssen wir das dann noch irgendwie mit reinbringen, weil das gab es sonst noch. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Weil dann, damit das dann halt auch auf die jeweilige Stufe anpassbar ist. Mir hat heute wir im Stream im Chat geschrieben, dass es möglich war, Klassen nachzuziehen über die Pit, weil du ja auf Normal gehen kannst. Die Pit ist ja ausgenommen von der Schwierigkeit und dann machst du eine 90er Pit auf und ziehst den Level 1 Charakter durch und der ist Max Level und fertig. Oder zwei 90er. Das heißt also, wenn das so bleibt, kann ich Trinks im Add-on innerhalb von 10 Minuten ziehen. In die Level 60 und Paragon über. Wäre ehrlicherweise eine coole Sache, gerade fürs Trinken. Das wollen sie ja auch ein bisschen supporten. durch den Beruf, dass sie Paragon ja auch Char-übergreifend machen. Das fände ich persönlich gut, wenn das so klappt. Okay. Ja gut, aber es ist anders als bei Dings. Es ist anders als bei Diablo 3. Es ist zwar accountweit, aber dein Paragon schaltet sich erst mit Level 60 frei. Ja, ja, das schon. Aber du bist ja dann, also wie gesagt, wenn ich dich einbucke, zweimal durch die Pit schleife, dann bist du Level 60, weil du musst die ganzen Zwischenstufen alle überspringen. Hatte ich jetzt am BTR nicht in Gedanken, aber wenn das so geht, ja dann danke für die Twinks, ne? Also dann geht das relativ zackig, aber schauen wir mal. Generell so zum Level-Part, Rob, hast du ein bisschen gelevelt am BTR? Ja, so am Anfang auf jeden Fall. Also die ersten zwei Tage haben wir eben schon angesprochen, war der PTA ja der Händler nicht freigeschaltet. Und ich fand es eigentlich ganz okay, also gerade die Stützpunkte, dass du halt mit diesen Strongholds leveln konntest, das fand ich mal eine gelungene Abwechslung, weil wir hatten immer irgendwelche, also immer Helltide oder immer diesen einen Dungeon, den man immer gemacht hat. Und jetzt finde ich es eigentlich ganz cool, dass man mal ein bisschen in der Welt, in der offenen Welt von Diablo rumkommt. Du kannst ja mal, jetzt gehst du mal hier deinen Stützpunkt, da mal deinen Stützpunkt. Solange die das halt irgendwie hinkriegen, dass sie das vielleicht so ähnlich machen wie in Diablo 2, dass man pro Account den Stützpunkt nur einmal abschließen kann, egal ob man in eine Gruppe invited wird oder was auch immer, dass das nicht exploitable ist. Und dann finde ich das eigentlich ganz cool, du kriegst dann nochmal drei Stützpunkte dabei in der Nahatu, in der neuen Region und du kriegst dann so ungefähr 20 Level oder sowas durch die Stützpunkte. Also das heißt, mit Level 38, 39 kannst du quasi anfangen die Stützpunkte zu machen und dann bist du quasi Level 58, 59, dann hast du noch deinen Renown, deinen Ruf, was du einlösen kannst und dann bist du Level 60. Also eigentlich hast du da eine gute Abwechslung. Du machst erst Hellzeit oder Nightmare Dungeons, dann machst du die Stützpunkte, dann machst du deinen Renown und dann bist du fertig. So, das fand ich eigentlich ganz gelungen. Okay, auch den Zwischenphase, den man getestet hat, von 50 auf 60, hat glaube ich 90 Minuten gedauert oder so, also ohne jetzt die Stützpunkte zu machen, sondern nur mit Hellzeit. Aber wollten die den Levelpart nicht mal ein bisschen mehr strecken, weil das ist ja jetzt seit Season 4, Season 5, das ist ja alles immer schneller, schneller. Wir sind ja jetzt schon bei Diablo 3 Zeiten fast. Ja, habe ich gerade nicht erwähnt. Also ich finde es trotzdem zu schnell. Also die Abwechslung ist da, aber es ist sehr schnell. Also wenn du jetzt richtig reinhaust in der Gruppe, zwei Stunden, und selbst wenn du jetzt ein bisschen locker spielst, also in drei, vier Stunden ist es auf jeden Fall machbar, auch wenn du jetzt nicht so Gas gibst oder Solospieler bist und das finde ich schon sehr schnell. Du hast ja natürlich danach das Paragon, was du grinden kannst, aber jetzt so generell finde ich es auch besser, wenn es halt irgendwie vielleicht dann doch irgendwie so fünf Stunden dauert oder so, das Leveling. Dass es ein bisschen gestreckt wird, ja. So, Silek, was meinst du vom Leveln her oder ist es egal? Ja, ich persönlich bin eigentlich jemand, der es eigentlich ganz gerne mag, wenn das Leveln relativ lange dauert. Ich weiß, ich bin da wahrscheinlich in der Minderheit und ja, wie du gesagt hast, Jesse. Aber sag mal eine Zahl, also wie lange wäre für dich okay? Hat er 30 Minuten gesagt? Boah, eine gute Frage. 10, 15 Stunden? Mhm. Also für inklusive Paragon 300 oder jetzt nur mal bis Paragon anfängt? Bis 60, oder? Ja, ja, bis 60. Okay. Ah, okay, okay. 10 Stunden bis 60, ja. Also wie du gesagt hast, Jesse, wir gehen ja immer mehr da auch in die Richtung Diablo 3 und sie haben ja auch gesagt, sie haben ihre Philosophie umgeändert von Diablo 2 zu einer Art Diablo 3 Game, haben sie auch in Interviews öfter gesagt. Und ich glaube, es ist halt jetzt einfach wieder so, wie es auch in Diablo 3 war, Leveling wird halt mehr als Hürde gesehen, dass man quasi ins richtige Spiel dann reinkommt, nachdem man damit fertig ist. Ja, finde ich persönlich halt ein bisschen schade, aber ja. Ja, ich sehe das halt auch eben so, dass das Leveln ist ja auch irgendwie eine gewisse Art und einen gewissen Teil der Spielerfahrung und das glaube ich ganz, also bei mir persönlich wären so zwischen 5 und 7 Stunden wäre so ein bisschen mein Gap, wo ich sagen sollte, okay, da reicht's, weil eben zu schnell ist es okay und dann danach irgendwann hast du sonst so einen Frustpunkt, dann hören die Leute schon beim Leveln auf. Also wenn das irgendwie zu hart ist oder so. Was mir halt wirklich ein bisschen in Diablo 4 gefehlt hat, wenn man jetzt die Bitstufe ausnimmt, du hast eigentlich nicht so die richtige Challenge irgendwie, dass du sagst, boah, das ist hart, da muss ich nochmal ran oder so irgendwie, das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Mir kommt das persönlich vor, das ist mein persönliches Empfinden, dass von Diablo 4 Release her bis jetzt zum Add-on das Spiel immer leichter wurde. Ja. Also wenn man sich da ein bisschen zurücktrennt. Ich meine, es muss jetzt kein, wie hieß das, Avatar of Sear, dieses Schlachthaus sein, da wo du reingehst, ungenervt und in der ersten Welle schon weggemäht wurdest. Also das war dann doch ein Dicken zu hart, aber irgendwie fehlt so ein bisschen was, wo du so auch ein Gefühl hast, hey, wenn ich das und das upgrade, dann schaffe ich das. Ja, das ist so eine Challenge, das fand ich auch ganz angenehm, nachdem ich PoE 2 gespielt habe und dachte mir so, ey, während des Levelns, man kann sogar sterben und du läufst nicht einfach rum und musst nie Angst haben zu sterben und man lernt dadurch Mechaniken teilweise so nebenbei und sowas. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Also ich glaube, PoE 2 war das noch andere Extrem, also damals dann schon noch sehr hart. Hast du gesehen, wie uns die ausgelacht haben? Die PoE-Entwickler, wo wir da gestorben sind beim ersten Boss oder ich halt und der lacht hinter mir und geht vorbei und lacht nochmal so, ja, funny, ey. Also ich meine, es muss halt einen guten Mix geben, also es ist ja jetzt hier auch kein Elden Ring oder so, dass man halt irgendwie auf Torwirkum raus da irgendwie alle Mechaniken verstehen muss, um den Boss zu besiegen. Aber deswegen finde ich eigentlich auch das Schwierigkeitssystem ganz geil. Du kannst halt entscheiden, will ich auf Normal spielen, dann ist es ziemlich einfach. Aber dann spiele ich auf Hard oder Expert und dann ist es immer noch relativ einfach. Und dann die Höhenschwierigkeitsgrade, die können wir gar nicht auswählen, weil keine Ahnung, geht halt nicht. Und wie gesagt, da habe ich ja eben schon gesagt, das fände ich cooler, wenn man dann diese Pantheon direkt von Anfang an machen kann. Warum nicht? Gebt den Leuten doch die, zumindest die Möglichkeit, wenn sie darauf Bock haben. Eben, ja, dass das da mit dabei ist, auf jeden Fall. Da müssen wir schauen. Auf was freut ihr euch denn so beim Addon am meisten? Was ist denn so euer Feature? Den Rate? Sagt irgendwer den Rate? Also ne, man darfst nicht offiziell Rate nennen, ich habe das beim Interview gefragt. Also die neue kooperative Endgame-Mechanik oder sonst, sagen wir es einfach, den Rate oder? Das andere ist zu lang, Rate. Einfach, einfach Rate, ja. Aber ich bin froh, dass das zu viert geht oder sagen wir mal zwischen zwei und vier. Seilak, du hattest die Frage mit dem Balancing, dass sie das irgend, oder wir hatten das gefragt, wie sie das balancen wollen beim Rate, dass du nicht sagst, zwei ist das perfekte Setup und du darfst nicht zu viert spielen, weil vier ist zu schwer, machst zwei Zweiergruppen. Ja, gerade als Gruppenspieler macht man das irgendwie so ein bisschen Angst, weil man will dann schon mit allen Leuten zusammenspielen und dann heißt es halt so, genauso wie es am Anfang mal bei Pit war, wo es diese, wo es die Penalty gab für die Gruppe und dann haben halt einfach Kumpels gesagt, ja, keine Ahnung, macht ja keinen Sinn zusammen zu spielen, lass einfach jeder Einzelne da die Materialien farmen und ich hoffe, das wird nicht so ein Dark City, der so von dir so, ey, ihr wisst ja, zwei ist deutlich einfacher, lass einfach mal in zwei Zweiergruppen-Splitten. Eben, ja, genau, oder es ist halt so wie bei WoW, Schurke ist raus, du bist raus, weil er macht keinen Damage, er hat Bech beim Badge, so schade, komm wieder, wenn es soweit ist. Der Barb kommt nicht mit, ist so schlecht in Season 6, brauchen wir nicht, wir haben den Mercenary, der macht den Schrei oder die Rune, darfst nur mitkommen, darfst nur mitkommen, wenn du schon mal das Achievement hast, auch wenn es jetzt dein erstes Mal ist, also schade. das wird dann so vom Dings her, aber, ja, sagen wir mal so, so Gedanken zum Raid, Hilux? Egal. es ist, also, mir ist es eigentlich egal, Hauptsache, der Spirit One wird geil, oder Geist geboren, Entschuldigung. Ja, wie es sich dann am Ende verhält, wie gesagt, das wird sich zeigen, man kann jetzt viel, man kann jetzt schon viel rummeckern und mir passt das nicht, mir passt das nicht, aber das wird sich zeigen, das muss man spielen, man muss gucken, einfach was wird. Und Sonder, wie ist das bei dir, als jemand, der 7000 Stunden Lost Ark gespielt hat mit den Raids, hättest du lieber die Raids in diese Richtung in Diablo? Nein, nein? Ganz in die Richtung muss es nicht sein, nee, aber ich finde ganz cool, dass man sich halt mit Teamwork irgendwo durchkämpfen muss, ich bin einfach ein eingefaschter Gruppenspieler, daher geht das für mich persönlich in die richtige Richtung, dass wir da was haben, wo man halt ein bisschen Teamwork gefördert wird oder auch immer abstimmen, wir hatten ja in den drei lange diese Support Meter, muss es in die vier nicht geben, einfach so ein gewisses Teamplay-Abhängigkeit, das quasi auch einen Effekt hat in der Gruppe zu spielen und nicht nur, wir sind vorhin, wir spielen zusammen. Du meinst also schon auch ein bisschen mitgedacht werden muss, dass dann halt eben wie sie es hatten, stell dich dorthin oder dieses Bouncen von irgendwelchen Mechaniken und so weiter. Rob, kennst du das? Hast du vielleicht mal Lost Ark oder so gespielt? Ja, ich hab Lost Ark Raids mal angetestet auf jeden Fall, also da ist ja schon die Hürde und aber auch die Frustration, wenn man jetzt, also ich hab da natürlich eine Gruppe gehabt, aber wenn du halt mit in einem Party-Final oder so mit random Leuten spielst, also zufällig zusammengewürfelte Party, also ich glaub, das ist dann, könnt ihr ja glaub ich viel mehr zu sagen, Sonder oder so, da geht in Lost Ark, also ich hab nur immer gehört, dass das halt mega der Grief oder der Pain-Point ist für die Leute, also sehr frustrierend sein kann, gerade bei den härteren Raids und ich glaube, das passt einfach nicht so in das Diablo-Franchise, also da, glaub ich, werden sie das schon ja relativ simpel halten, sie haben ja auch, glaub ich, das war auch auf Wowhead, glaub ich, ein Post, in diesem Emote-Veal, sag ich mal, da neue, ja, Buttons reingebaut, dass du halt sagen kannst, hier, geh zu dem Kreis, geh zu dem Viereck, ne, und solche Sachen, also ich glaub, da gibt's halt dann relativ einfache Commands und relativ einfach zu verstehende Mechaniken, dass es selbst halt mit einer zusammengewürfelten Gruppe halt noch relativ, relativ gut machen kann, zumindest auf den geringen Schwierigkeitsgraden, aber ich hoffe ja natürlich auch, dass es im Endgame halt eine Challenge gibt, wo man dann halt auch vielleicht dann mal ins Voice gehen kann oder sollte, um dann halt die hohen Schwierigkeiten zu clearn, again, optional, wär das Beste. Ja, das Beste, ja, man muss vielleicht davon ausgehen, oder man geht generell davon aus, der Raid ist jetzt der erste Test, mal schauen, wie das ankommt und das hat ja dann Potenzial nach oben, weil damit kann man nämlich zum nächsten Thema, die Runen, also für mich persönlich, auch für den Großteil der Community, war es eher nüchtern, ich wollte jetzt nicht enttäuschend sagen, aber waren die Runen, weil die sind halt alle, die haben Runenwörter gehört und jeder denkt, Diablo 2 Runenwörter und die Runen, die jetzt sind, sind halt doch ein bisschen was anderes, aber ich finde vielleicht gar nicht der schlechteste Einstieg, weil sonst wären die anderen Items ja wertlos. Zeilek, als alter Runenmeister, die du hinter dir im Spind hast, neben deiner Lilis-Statue, also. Ja, ich persönlich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil sie hatten ja mal ursprünglich, als sie die Runen und die Runenwörter vorgestellt hatten, hatten sie ja mal gesagt, so, ja, gut, wir wissen, das kam jetzt irgendwie nicht so gut an bei der Community, wir ziehen das nochmal zurück, weil die Community, ja, was sie sich unter Runenwörtern und so vorstellt, ist was ganz bestimmt ist und es hat ja doch dann jetzt schon, boah, wann war denn das? Ich glaube, ich habe das irgendwie in Berlin im März 2023 oder so nochmal gefragt gehabt, ja, keine Ahnung, gefühlt jetzt irgendwie seit, ja, anderthalb, zwei Jahren oder sowas, die da dran, die da, die da dran arbeiten, mindestens, ähm, und ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es doch noch eigentlich fast genauso ist, wie das System, was sie ursprünglich in 2019 vorgestellt haben. Ah, beim allerersten Mal, gell? Ja, auch mit, äh, auch mit Aktivator und, äh, Effekt und, ähm, ja, das eigentlich nur, was sie hinzugefügt haben, sind die Ressourcen und dieser Overload-Effekt, klar, mit so ein bisschen Fanservice für die Leute, so von denen, ey, hier, wenn du Omruhne benutzt, dann kriegst du, äh, Bo, so wie in Diablo 2 oder wenn du Jar hast, dann kriegst du Teleport von der Sorg, ähm, ja, ich, ja, ich persönlich fand das eigentlich immer ganz cool, ich, ich, ja, ich weiß nicht mal, dieses nicht mal unbedingt dieses, dass man, äh, dass das Item unbedingt besser sein musste in Diablo 2, ich fand das immer ganz angenehm, dass du hast Items gefarmt und nebenher konntest du halt an was arbeiten, du hattest so ein Skelett und du hast die Runen dafür gesammelt und du konntest nebenher quasi, oh ja, cool, ich hab jetzt wieder eine Rune dafür und irgendwann hast du das Item dann mal fertig, äh, du hast so ein bisschen, ja, Deterministic, würden die Leute sagen, ähm, äh, so ein Faktor irgendwie noch mit drinne, ähm, ja, und am Ende, wie wir ja im PTR gesehen haben, irgendwie, die meisten Leute sind dann mit der Ohm Rune oder mit Petrify oder so rumgelaufen, ja, ist dann am Ende doch irgendwie nur, was macht irgendwie das meiste an Damage anstatt irgendwie Utility oder sonst was geworden, ja, ich finde so, ich finde, das System hat Potenzial, im Moment finde ich es eher ein bisschen, ja, ernüchternd, wie du gesagt hast. Ja, so ist es zonder, deine Meinung, Runen? Ähm, ich muss das mal tatsächlich ein bisschen outen, ähm, ich hab die zwei nie gespielt, weil ich das Leveling einfach, hab mir keinen Spaß gemacht, ähm, von daher sind für mich Runen ein ganz neues Thema und, ähm, hab da keine großen Erwartungen dran. Für mich ist der Punkt einfach zu sagen, okay, wir haben eine Alternative, um in der Rüstung nur Mainset zu sockeln, ähm, und von dem Standpunkt aus ist es halt dann doch, naja, eine coole Änderung, ne, es gibt wieder was, wo man ein bisschen, was tüfteln kann, wenn das Balancing besser wäre. Mhm, also das Balancing sind der Klassen oder das Balancing sind der Runen, der Runen-Mörder jetzt, ne? weil, ich sag mal, jeder hat Warcry drin, jeder hat Petrify drin, Ja, Warcry wird die rausgenervt, das weiß ich überhaupt noch gar nicht. Wenn da halt ein Barb-Barb ist und hast halt noch einen, 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 einen Fluch und dann spielt jeder fast das Gleiche. Mhm. So, Hillex, deine Meinung, Runen, Runen-Mörder? Äh, ich hab die zwei auch nie gespielt, äh, das ist auch was komplett Neues, ja, da sind wir leider zu jung dafür, ähm, aber, also die Idee dahinter find ich ganz cool, die Umsetzung ist halt wieder, also, ist halt nicht mal, dass man die, die Skills bekommt oder dass es an sich zu einfach ist, dass einfach nur, keine Ahnung, man bekommt mehr, Warcry mehr Damage, Petrify mehr Crit-Schaden, solche Sachen, sondern das Balancing zwischen, oder unter den Runen an sich, das ist halt quasi, dass es bestimmte gibt, die so rausstechen und alle anderen sind eigentlich komplett irrelevant. Das find ich ein bisschen schade, dass man da halt ein bisschen wieder, weil da kann man wieder verschiedene Builds drauf aufbauen, wie mit den Mercenaries, äh, das ist wie, keine Ahnung, ich muss Gegner zum Burn nehmen, also nämlich den mit, die, 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 Dämonen, äh, Dämonen, genau, der die Gegner anburn, das ist, finde ich, bei den Runen-Mördern genauso gleich, aber das müsste mehr in die Tiefe gehen, aber, wir sind jetzt am Anfang, ähm, das muss sich zeigen, wie, im Großen und Ganzen kann ich mich da auch anschließen, also das, denke, das System hat schon Potenzial und es kann auf jeden Fall, ich glaube, relativ einfach auch noch erweitert werden, ne, es ist natürlich nicht das, was viele Diablo-Fans, äh, oder jahrelange Diablo-Fans und Spieler sich gewünscht haben, mit, was, was die unter Runen-Wörtern verstehen, aber, ähm, also das ist, ist schon an sich, glaube ich, gelungen, wenn es einfach gebalanced wird, besser, also die Effekte sind, also da gibt es schon coole Effekte dabei, da klar, da ist die Offering-Cost dann zu hoch oder die, äh, die Condition zu high oder was auch immer, aber das kann, glaube ich, relativ einfach noch überarbeitet werden und dann ist es auf jeden Fall, ich sag mal, ein solides System, äh, was ich mir aber noch wünschen würde bei den Runen, dass die halt so einen, äh, Standalone-Effekt haben, in Diablo 2 hat die, 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 genau, da hat die Jar-Rune zum Beispiel dir 5% maximales Leben gegeben, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber die Bear-Rune hat dir 8% Damage Reduction gegeben oder sowas, gegen physischen Schaden und solche Sachen, dass du halt, oder die Ist-Rune hat dir mehr Magic-Find gegeben und, dass du halt die Runen auch, ähm, jetzt nicht als Runenwort sockeln kannst, sondern auch einfach alleine, dass sie was machen. Ich hatte das gerade dann beim Leveling, weil ich das Leveling nochmal am letzten Tag vom, äh, PTA-Test auch probiert hab, dass ich dann halt eine Rune gefunden hab, aber dann hab ich vielleicht auch nur einen Sockel in meinem Item, ne? Und du hast halt dann noch nicht die Prisms, um halt jedes Item jetzt doppelt zu sockeln, wenn du Level 30 bist oder Level 40. Und da fänd ich halt auch ganz cool, dass halt so diesen Wow-Effekt, so ich hab jetzt eine Rune gefunden und die bringt mir jetzt direkt schon was, auch wenn ich jetzt noch nicht jetzt das Giga-Runenwort daraus machen kann oder so und dass sie halt so ähnlich wie halt die Juwele auch halt an irgendwie halt einen, ja, einen einzelnen Effekt haben, den man auch nutzen kann und dann auch eine Alternative nochmal zu den Juwelen und auch zu einem Runenwort, dass du vielleicht, weiß ich nicht, zwei Bär-Runen jetzt oder so mit 8% Schadens, dann 16% Schadensreduktion, wär halt auch eine coole Alternative oder halt irgendwelche coolen Effekte. Ja, fänd ich auch gerade so für die Leveling-Phase und sowas, fänd ich interessant. Genauso wie es bei Diablo 2 die Leute gemacht haben. Findest du keine Runen? Ja, ich sockele jetzt irgendwie eine Rune, weil dann krieg ich halt irgendwie 30 Fire Resistance und ich hab irgendwie im Moment gerade Probleme da mit Fire Abilities und könnte das dann halt bei mir unterstützen oder sowas. Das fänd ich auch ganz nice. Okay, ja, also ich denke mal bei den Runen wird hoffentlich noch was passieren, weil so wie ich hatte einfach mal die Idee, das ist jetzt unkreativ, aber dann gibt's halt eine weiße Brustplatte, wo ein 3er oder 4er Rune und Socklast auf ein spezielles Item, dann kannst du ein ganz anderes Runenboard, wird ganz gigantische Möglichkeiten eröffnen. Oder auch, was ich beim Paragon meinte, wie unkreativ waren das, dass die Reichweitenerhöhung einfach so auseinander geht. Wieso gibt's nicht unterschiedliche Formen? Wie eine gerade Linie mit allen Punkten über zwei Boards drüber oder so. Oh, das ist ja eine geile Idee. Also, dass du wirklich sowas hast, wo du dann einfach sagst so, hey, das find ich geil, aber dann find ich fünf Boards vollkommen okay, wenn ich in der Mitte einen Zeiger hab, mit dem ich rotieren kann, dann braucht der Rob B10-Stunden und kann dann, weißt du, ich mein, oder halt irgendwie das Richten oder machst ein Keil oder so, das wird so viele Möglichkeiten geben, aber es wird vorne und hinten nicht ausgeschöpft und das kann technisch nicht unmöglich lösbar sein. Also, das kann mir keiner erzählen. Und es ist halt der minimalste Aufwand, um aktuelle Probleme zu beheben. Kann ich noch verstehen, weil der Status von Diablo 4 aktuell noch nicht so weit ist, aber ich hoffe schon mal, dass dann mit dem, wenn die Standardprobleme gelöst sind, wieder mehr Tiefe reinkommt. Also, ich denke, sowas wird Diablo brauchen, weil sonst werden wir das wie Diablo 3 eine Woche lang spielen in der Season und dann hast du das abgeerntet, blöd gesagt, mit den neuen Features. Also, da denke ich mal, sowas kommen. Es sind ja, Blizzard ist ja immer noch gerade, ähm, auf der Suche, ein Fundament zu schaffen, wo sie aufbauen können. Und das haben wir jetzt halt seit dem Release noch nicht, weil immer irgendwas geändert worden ist. Und ich denke, das wird auch in Zukunft, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das war ja auch so eine Sache, die sie gesagt hatten zu, ich glaube auch so Personen wie Rob oder ich, die sich irgendwie bei manchen Systemen gerne Leaderboards wünschen würden. Das war ja auch so eine Sache, die sie bei den, äh, Interviews erwähnt hatten, wo sie gesagt haben, ja, wenn wir mit unserem Game so zufrieden sind, wie es, äh, da ist, dann könnten wir uns vorstellen, Leaderboards und sowas reinzumachen. Äh, äh, und im Moment ist das eher halt super niedrige Priorität, äh, und ja, ich hoffe, dass wir da einfach irgendwann mal hinkommen. Ja, das sieht man ja auch beim Grounded Leaderboard, ne, also da hat man eigentlich, jetzt glaube ich für Season 6 das erstmal komplett deaktiviert, weil Spiritborne ist unbalanced und, ja, deaktivieren wir erstmal. Ja, und wir hatten die Exploits da mit den Punkten und ja. Was, Grounded, gibt's in Season 6 gar nicht mehr? Ne, haben sie, machen sie aus. Einfach deaktiviert. Das wusste ich noch gar nicht. Äh, Ended's gone. Ja, Ended's, ah, okay, alles klar. Aber, jetzt mal so unter uns, bis auf den Raid, gibt's keine Endgame-Mechanik, die sie reingebracht haben. Ich hätte eigentlich mit komplett neun Sachen gerechnet, war nicht... Ja doch, die haben doch noch eine... Genau. Kannst du auch während des Levels machen, aber kannst du auch im Endgame machen. Ja, auf Torment 4. Ja. Das ist ja nur eine Idee. Ja, ich glaube, ich hab auch da nicht so die Erwartung daran, dass das schwieriger wird als Pit, weil das ist halt so, ja, Torment 4 und Torment 4 ist halt easy peasy, wenn du ein Meta-Build hast und, ja. Okay. Ich hoffe natürlich noch, dass da Rewalance... Wenn du Pit 65 laufen kannst, kannst du halt jeden Content auf die 4 laufen eigentlich. nee, ich meinte schon, also die Mechaniken Delph oder so, also vom BOE geklaut, wirklich die für Mechaniken, nicht irgendwie sowas, aber davon wird's gar nichts geben, oder? Ist doch nicht die Antis City so in die Richtung? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist ja trotzdem nur ein Dungeon, oder? Also... Ja, das ist so ein Timed Dungeon, wenn du halt irgendwie, glaube ich, Elite kriegst, dann kriegst du, wenn du Elite killst oder Bosse killst, dann kriegst du mehr Zeit und dann geht's schon, glaube ich, so tiefer oder je weiter du kommst in dem Dungeon. Ich weiß ja nicht, wie die Rewards danach aussehen, aber so haben sie mir das erklärt. Also wenn du halt dann Elite killst, dann kriegst du 5 Sekunden, also weiß ich, du hast jetzt einen Base-Timer für 5 Minuten und je mehr Kills du machst, desto länger geht halt dann der Timer. Das heißt, wenn man in der Gruppe spielt und die Leute schwärmen aus, haben die immer viel mehr Zeit als die Solo-Spieler? Das weiß man nicht. Okay, das darf man sagen. Vielleicht ist ja auch ein lineares Layout, wo man nicht in alle Richtungen gehen kann und so, also weiß man nicht. Wir haben ja gesagt, Kuras Undercity ist daraus entstanden, aus dem Feedback, dass sich Leute gewünscht hätten, selber einzustellen zu können, wie schwierig sie es haben möchten und welche Belohnung sie kriegen können. Und das sollen ja hier die Tributes dann schaffen. Dann kannst du ja da deinen Kuras Undercity-Key so anpassen, dass ey, ich möchte jetzt Masterworking-Mats haben oder ich möchte jetzt Unique-Items getroppt kriegen und so was. Ja, mal schauen, wie sie es dann noch ausbauen. Sie haben ja auch gesagt, Kuras Undercity ist so was, was sie lange supporten wollen und was sie noch sehr ausbauen wollen. Ja, was sie noch sehr ausbauen wollen und mal gucken, was sie mit den Tributes dann in der Zukunft machen. Mich wundert es auch persönlich, dass sie da gefühlt noch gar nichts drüber gesagt haben. Ich frage mich, ob das noch kommt, weil wir haben jetzt nur noch wie viel? Drei Wochen bis zum Release. Ob wir dazu noch mal ein Video kriegen? Ja, das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dass wir eben durch die Kills, dass sich die Zeit verlängert und dass wir da die Ruhen rausbekommen, oder? Ja, und das mit den Tributes, dass du das anpassen kannst. Ja, genau. Das sind die drei Sons, sonst wissen wir eigentlich noch gar nichts. Und das ist kein Niederwortgift. Ja. Okay, okay, ich dachte mir, vielleicht gibt es noch irgendwie was um die Ecke, weil es klingt jetzt schon mal interessant, als ich mir das dachte. Erinnert mich vielleicht ein bisschen an, wie hieß das im WoW? Torgast oder so, diesen Tower, was man da so machen konnte. Also, okay, nee, ist schon mal da, weil das ist so. Gibt es irgendeine Information, das war, was habe ich zu denen gesagt? Jetzt kommen meine unbeliebten Fragen. Lootfilter, Auktionshaus und Rüstkammer. Lootfilter, nein, Auktionshaus, wenn du das Wort sagst, schmeißen sie dich was raus. Da war es, oh, das mögen sie gar nicht. Und die Rüstkammer oder generell so ein Armory, anscheinend ist es ganz oben auf der Wunschliste, das wissen sie schon. Ich weiß nicht, was das so lange dauert. Die arbeiten noch schon Jahre an diesem Armory. Vielleicht, weil sie das System jetzt zweimal selbst geändert haben, dass das Armory hinterher hinkt und man deswegen nichts speichern kann. Ich habe es mir auf jeden Fall total gewünscht für die Erweiterung. Ich glaube auch, ich habe da mit gerechnet. Ja, ich habe da eigentlich auch mit gerechnet, aber es sollte sich jetzt so, also sie haben es jetzt nicht 100% gesagt, dass es nicht kommt, aber so von der Tendenz her sind sie nicht fertig damit. Ja, also ich hatte mal so Vermutungen gehört von irgendwelchen anderen Leuten, von anderen Content Creatern, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht ist das System irgendwie so grausam gecodet, dass es super schwer wird, das alles so einzubauen. So, ja, hier, jetzt sind die, jetzt hast du hier einen Snapshot von den Paragon-Dings und von den Sockeln und von dem Gear und sowas alles und das existiert und hast dann auch noch gar nicht. Ja, genau. Es war immer geklickt und doppelt. Ich habe meine Items doppelt. Nee, nicht das. Es wird dann so wie, da, was wir in Diablo 3 hatten, wenn du dann die Ausrüstung wechselst, dass dann deine Edelsteine und deine Glyphen oder Runen weg sind. Die sind dann wieder Level 1. Die sind deine Paragon-Glyphen weg, die du 20 Stunden gelevelt hast. Ja, Und die, ja genau, die Paragon-Punkte wurden nie angepasst mit dem Arm-Reading. Du musst es dir immer selber machen. Okay, ja, also, wie gesagt, ich hätte wirklich damit, eigentlich habe ich damit schon in Season 5 gerechnet oder spätestens in Season 6, aber jetzt, keine Ahnung, 7, 8. Also, das ist echt so ein Feature, das finde ich super schwierig und auch, jetzt nicht nur die Rüstkammer im Spiel, sondern Armory im Sinne von der Webseite, wie man es in Diablo 3 hat, damit ich von Rob einfach den Link klaue, damit ich sehen kann, welches Gear er da genau anhat und warum er das Gear hat, eben mit Werten und so. Weil jetzt gibt es zwar diese inoffiziell, die 4 Armory oder so, wo was gelinkt wird. Es gibt ja auch so ein Leaderboard, ich habe, glaube ich, von dir einen Bose gesehen. War das von dir, Rob? Oder es gibt so ein inoffizielles, tragen sich da die Leute selbst ein oder wird das aus dem Armory gecrawlt? Nein, ich muss es so mitten. Also, es ist auch alles manuelle Arbeit. Ist alles manuelle Arbeit, ja, okay. Ja, von einem halben Jahr hat Blizzard, glaube ich, mal geschrieben, da warten wir auch drauf, sind wir auch sehr gespannt drauf. Von einem halben Jahr hat Blizzard mal geschrieben, dass sie an einer API arbeiten für Diablo 4. Das wäre halt interessant, weil dann hauen die ganzen Leute ihre Tools raus und was weiß ich, Stream-Overlays und sowas alles. Aber ich habe mal als Vergleich, als das letzte Mal das passiert ist bei Blizzard, da hat unsere Chefin gesagt, so, ja, das wurde bei World of Warcraft Classic drei Jahre vorher angekündigt, nach drei Jahren kam dann die API irgendwann. Und das beim BOW-Team? Ja, dann dauert es noch drei Jahre bei uns. Okay, dann wird das weiter. Ja, Wahnsinn, okay. Dann wird es noch ein bisschen dauern. Habt ihr Wünsche neu? Was wäre euer, also, fragen wir mal so, wer wird denn in Spiritborn spielen? Rob, startest du mit Spiritborn? Echt? Ja, und da der Barb in Season 6 so schlecht ist, also, da war eh Sonderspielt, Sonderspielt Erdbeben, der hat gesagt, der ist maximal okay, der carryt uns. Ja, ich bin mal gespannt. Das muss ich sagen, also in Season 5, ne, mit den Infernal Horts war, die erste Meldung war dann, der Rob hat von Barb gewechselt. So, das war so die Headline. Wenn Rob von Barb wechselt, da muss Mage einfach so gottlos OP sein, also, das war echt, ja. Ja, also ich, also ich mag den Barb schon sehr, ne, also ich spiele auf jeden Fall auch Barb in der nächsten Season, aber jetzt so als erste Klasse, also der Spiritborn ist schon cool, also es macht mega Spaß zu spielen, ist halt auch, also hast du auch schon viele Ähnlichkeiten zu Barb, du bist halt sehr im Getümmel, du bist halt so nahkampfmäßig, bist drin, du bist halt auch sehr mobil und sowas alles und da sehr viel vom Monk auch in Diablo 3, den hab ich auch gerne gespielt und also von daher find ich das schon geil und alle wollen halt so, ey, was sind deine Spiritborn-Builds und wie machst du das und wie spielst du das? So, ich denke da als Content-Creator hast du da auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen mehr auch in der Pflicht da, Spiritborn zu machen, weil es werden, glaube ich, so meiner Meinung nach, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, also meiner Meinung nach, so das Spiel-Launch und von der, von allen, die Vessel of Rated sich gekauft haben, ich denke so 60 bis 70 Prozent spielen Spiritborn, dann hast du noch so ungefähr, meiner Meinung nach, 10 Prozent auf Zauberer, 10 Prozent auf Rogue, dann hast du vielleicht 5 Prozent Barbar und dann Nekro und Druide einstellig so unter der 5-Prozent-Hürde quasi. So, das wäre so meine Einschätzung aktuell, so was ich so auch aus meiner Community höre und so, ich mache da nochmal eine Abstimmung, aber also es sieht schon so aus, als ob mehr als 50 Prozent der Leute den Geistgeborenen spielen. Ich glaube, das ist viel zu hochgegriffen, am Ende wären es 30, weil es werden sich vielleicht viele, die erstellen, spielen mal 10 Level oder 15 und sehen so, ey, das passt mir überhaupt nicht und gehen dann zurück. Also, so ist das meistens. Aber meine Community ist da bestimmt auch irgendwo biased, ne? Ja, natürlich. Also, da werden die meisten wahrscheinlich auch das spielen, was du spielst, damit sie die Skillung einfach nachspielen können und so. Also, das ist sowieso ein Standard, aber ja, die werden alle Spirit Ballen spielen, bis nach drei Tagen der Hotfix drüber fährt und die Klasse dann halt broken ist. Dann hat sich das wieder erledigt, ja? Wie glaubt ihr, es wird ein problemloser Launch werden, weil man sieht ja jetzt doch schon, also, also, Diablo 4 damals war weiter oder fertiger als das Add-on jetzt gefühlt. Ich muss auch sagen, persönlich habe ich erst beim Add-on im Dezember gerechnet. Ich war schon schockiert, wo die Oktober geschrieben hatten, weil ich dachte, das geht sich zeittechnisch nicht aus. Und fairerweise, ich weiß nicht, in welchem Interview das war, aber der Rod Ferguson hat zurückgerudert, ne, mit seinem jedes Jahr ein Add-on. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es kein Add-on mehr. Weißt du, Rob? Add-on nächstes Jahr? Ja, nein? Ja, hat sich für mich auch so angehört. Also, ich glaube eher so, alle anderthalb Jahre, aber das ist ja immer noch richtig gut, also, alle anderthalb Jahre ein Add-on, also, es ist ja schon richtig geil, wenn wir dann ein Padding kriegen und vielleicht endlich mal gegen Diablo kämpfen in Diablo 4, so, das wäre schon mega cool, ey. Aber ja, der Launch, also, ich habe mich sehr überrascht, also, der Diablo 4 Launch vor anderthalb Jahren, der war ja fast problemlos. Also, der war ja richtig smooth und ich denke auch, dass sie das nochmal erfahren werden, weil ich denke, es gibt halt schon, es werden halt schon deutlich weniger Spiele als zum Launch und die haben die Kapazität und die haben das Scaling. Nein, werden nicht. Und dann werden wir mal sehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das so ist, aber vielleicht hatte ich eine sehr nette Unterhaltung mit einer Person, ich nenne es jetzt mal Person, wo ich jetzt in Berlin war und die hat mir zugesagt oder beziehungsweise, wir haben über diverse Statistiken geredet und die zurückkehrenden und Wiedereinstieg und so weiter, was der Hauptfokus ist für die Diablo-Player, die Base ist weit höher als das, was Blizzard erwartet hat, die Kurve. Also, es werden, weil ich dachte mir, es wird so ein Drittel von dem, was wir zum Launch hatten. Also, ich würde jetzt mal schon auf die Hälfte bis 60, vielleicht sogar 70 Prozent gehen. Ja, da wäre ich aber auch bei. Also, 60 Prozent von der Launch-Number? ich hatte es zuerst viel, viel weniger eingeschätzt, aber eben, wie gesagt, mit den Zahlen da, also, es sind doch, die Stream-Zahlen und so, die sind sowieso nicht aussagekräftig, das sieht man ja auch, das läuft ja aktuell auch ziemlich bad, aber das wird sich alles dann ändern. Also, das Ganze sollte in zwei Wochen dann Fahrt aufnehmen. Können wir dann gerne nochmal ein bisschen genauer drüber reden, wenn die NDE vorbei ist. aber da, also, die Zahlen sehen deutlich, deutlich besser aus, als man es sich vielleicht zuerst erwartet hatte. Also, es werden sehr viele Leute zu Diablo 4 zurückkommen, mitunter auch, weil halt dieses Runen-Thema, das ist halt ein Oberaufhänger. Also, für viele, die haben halt gelesen, was, es gibt endlich Runen in Diablo 4, ich bin dabei. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Spirit-Born so der Catch ist jetzt als Klasse jetzt per se, weil jeder hat halt so seine Lieblingsklasse. Ja, muss man mal schauen. Aber gibt es jetzt irgendwo eine Liste? Silek, ich schau dich an, nur dich. Ich hätte gerne eine Liste, wo draufsteht, Rob möchte die auch haben. Was kann man spielen, wenn man das Add-on gekauft hat und was kann man spielen, wenn man es nicht gekauft hat? Weil diese Tabelle, weil komme ich ins neue Gebiet, wenn ich das Add-on nicht gekauft habe? Weil wenn du jetzt sagst, nein, das geht nicht, dann dürfte Season 6 nicht im neuen Gebiet spielen, weil zu uns haben sie gesagt, jeder Spieler, egal ob du das Add-on kaufst oder nicht, wird jede weitere Season spielen können. Dann wäre ja das Gebiet nach Hand, du, von der Season ausgeschlossen. Ja, oder es läuft über mehrere Gebiete. Ja, weil es war bis jetzt immer so, dass jede Season der NPC, dieser grüne Bengel irgendwo im Ding stand und deswegen war die Frage, dann wurde gesagt, dass man, wenn man das Add-on kauft, also du musst das Add-on gekauft haben, um überhaupt einen Söldner zu kriegen. Ja. Und du musst das Add-on gekauft haben für den Spiritborn. Ja. Und du musst das Add-on gekauft haben, um Runen zu kriegen. Ja. Weil das heißen, Runen sind nicht in meinem Loot-Table, wenn ich das Add-on nicht hab. Ja, das ist richtig. Und Kuras Thunder City kannst du nicht rein, Dark Citadel kannst du nicht rein. Okay. Äh, ja. Und ja, ja, Zone kann man auch nicht rein. Man konnte es sogar auf dem PTR testen, war ganz witzig. Wir hatten unsere Gruppe, wir hatten drei Leute, die hatten das Spiel vor, äh, vor bestellt. Okay. Und eine Person, die es nicht hatte. Und wenn man da probiert hat, in der Gruppe, die, äh, hier Nightmare Dungeon, eine der neuen aufzumachen, dann hat man diese Error Message gekriegt, dass eine davon, äh, Vessel of Hatred nicht gekauft hat. Also kannst du auch nicht in die neuen Dungeons rein. Stimmt. Aber, wenn jetzt die einer in Sicht nicht das Add-on gekauft hat, ja, nicht das neue Gebiet, dann hat er, kommt der ja das Reno nicht rein. Also einer, der das Add-on nicht gekauft hat, weniger Skillpunkte und weniger Paragon-Punkte. Ja. Ja. Und der kann die Runden nutzen und ist daher schwächer, deswegen ist Diablo 4 ab dem Add-on Pay to win, da machen wir noch ein geiles Video, gibt einen Haufen Klicks. Die wollen es halt schon verkaufen, ne? Ja. Ja. Das ist schon klar. Die wollen das natürlich, natürlich wollen sie das verkaufen, aber ich verstehe auch nicht, nicht besser kommuniziert wird. In World of Warcraft ist das doch auch so. Weißt du, wie ich meine? Wenn du dort nicht reinkommst, dann, ja, ohne Add-on kein Gebiet. Also, ich muss auf fairer Weise sagen, damit mache ich mich unbeliebt wieder. Ich finde den Preis des Add-ons, den Einstiegspreis mit 40 Euro vollkommen okay. Ich glaube, das war damals auch Reaper of Soul. Also ich finde das nicht übertrieben für einen Add-on und ich finde auch den Season Pass mit 10 Euro, also der beschleunigt das, die absolute Abzocke. Aber der normale 10-Euro-Pass für drei Monate hatte mit diesem Platin. Also da kann man nichts sagen. Ich finde, das ist normales Pricing für einen Add-on und so. Ich meine, jetzt kann man darüber streiten, dass so ein Mount ewig viel kostet und die WoW-Rüstungsset, die alle gekauft haben. Aber ansonsten finde ich, also Battle Pass, der billige natürlich und 40 Euro finde ich vollkommen okay vom Preissetting her. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das so? Mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen persönlich, also nicht, dass ich will, dass das mehr wird oder so. Aber mich wundert es ehrlich gesagt, dass es immer noch 40 Euro kostet. Weil, war das nicht jetzt sogar bei WoW bei der neuen Erweitung, die kostet jetzt 50 Euro? Weil man muss ja bedenken, wie du gesagt hast, Reaper of Souls hat vor über 10 Jahren schon 40 Euro gekostet. Und es gab ja super große Inflation seitdem. Ich finde das Preissetting auf jeden Fall auch mega fair. Also du hast so viel Content mittlerweile auch, den sie ja jetzt alles angekündigt haben. Also du kannst ja schon viel, viel machen in der Erweiterung und da kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten, denke ich. Und ich rechne es ihnen auch hoch an, dass sie nicht den Weg von Early Access gegangen sind. Dass du jetzt nicht irgendwie drei Tage früher, wenn du jetzt nochmal 100 Euro mehr bezahlst, sondern drei Tage früher schon den Geist geboren und ihn spielen kannst und so. Ja, dafür haben sie es bei WoW das erste Mal gemacht. Ja, und da haben sie auch, glaube ich, genug Gegenwind bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also in Diablo finde ich das schon auch so für den Nächsten, also für den Paradinen. Da können sie das ruhig nochmal genauso machen, ohne Early Access. Das ist schon gut. Ja, da bin ich voll beim Rob. Also diese drei Tage früher für X von, also... Das ist schon nicht sauber. Das ist echt ein Witz. Ja, hat halt bei Lost Ark funktioniert. Hat auch bei Diablo 4 funktioniert. Aber das war aber der Release. Also Release, also finde ich mal, kompletter Game Launch ist ja nochmal was anderes als jetzt eine Erweiterung von dem Spiel. Ja, das muss ich auch sagen. Aber so weit, also wie gesagt, das ist das Preissegment, weil das sonst immer wieder als Kritikpunkt hergenommen wird. Ich kann auch, es ist jetzt durchgesickert, weil bei Blizzard sind jetzt wieder 600 Leute entlassen worden und es ist ja durchgesickert, dass Diablo 4 seit Release 150 Millionen Dollar mit dem Ingame Shop gemacht haben soll. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das wäre super wenig Geld. Also für das, was der Ingame Shop meiner Meinung nach machen müsste und eben... Ja, 10 Prozent, ne? Das Gesamt... 15, glaube ich. Also ich glaube, Riker hatte das ja in seinem Video. Er hat das, glaube ich, bezogen auf einen Zeitraum. Es war jetzt nicht der gesamte Zeitraum, das war dann irgendein Kratar oder so. Also das war eine Milliarde Umsatz, glaube ich, und dann 150 Millionen davon war der Shop, der Cash Shop. Also ungefähr 17 Prozent. Das ist das komplette erste Jahr. Ja, gut, das sind ja jetzt aber schon anderthalb Jahre. Also den Zeitraum, der ist jetzt nicht ganz klar gewesen dabei, glaube ich. Okay, aber das war ja dann trotzdem... Ist ja trotzdem nicht so ein gutes Ergebnis dann, oder? Mit 15 Prozent für den Ingame Shop oder haben sich die Leute, aber sie sich gedacht haben... Wenn du es mit Diablo Immortal vergleichst, dann nicht. Das ist ja noch kein Pay-to-Win-Game. Also ich finde es gut. Ja, also nee, ich meine eben mit dem Shop und so weiter, aber trotzdem, ja. Am Ende sind es so 150 Millionen, wenn du anguckst, wie wenig Geld da wahrscheinlich reingeflossen ist. Also der Gewinn davon wird ja deutlich dreimal so viel sein wie bei dem normalen Entwicklungsspiel. Also wir müssen da ja einmal das Trendsmoke entwickeln, dann können sie das ja auf Lifetime, solange Diablo 4 irgendwer spielt, verkaufen. Ja, ja. Das hat mir trotzdem ein bisschen mehr was. Aber es ist okay, ja, solange wir dann Content kriegen. Weil ich glaube, natürlich kann man sagen, mir ist es wurscht, wie viel der Shop macht, aber ich glaube eben, weil sie den Shop haben, gibt es das Add-On jetzt für 40 Euro. Weil wenn der Shop nicht wäre, dann wären diese Add-Ons die einzigen Einnahmequellen, blöd gesagt, dann geht es mit 40 Euro nicht. Also von dem her und natürlich auch noch ein bisschen den Battle Pass dazu. Aber ja. Ja, ich finde es ja auch vollkommen okay. Ich meine, es ist ja komplett optional, ne? Also es gibt keine Power, sondern du siehst halt ein bisschen cooler aus oder so oder hast halt ein anderes Pferd. Aber es ist ja komplett optional und jeder, der das Spiel vielleicht noch unterstützen will und da noch ein kleines Benefit draus hat, also das ist doch eine gute Sache. Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, also mit dem Preissegment her, glaube ich, sieht das Ganze auch soweit sehr gut aus. Okay, haben wir noch ein Thema, das ihr ansprechen möchtet? Ja? Rob, machst du ein Release-Event? Ja, also ich werde 24-7 streamen für ein paar Tage. Ja, aber pass auf, pass auf. Wie viele Leute seid ihr denn, Rob? Zu zweit? Alter, ich lache dich jetzt schon aus. Gib mir mal die Adresse. Ich schicke euch jetzt schon ein bisschen so ein Oberpaket. Ja, aber ich mache halt selber 18 Stunden jeden Tag. Die 6 Stunden kann auch noch wer machen. Alter Schweder, ey. Oder 8 Stunden. Okay, dann sagen wir mal, ich mache 16 und 8 Stunden. Siehst du, der Helix hat das Bild eingeschalten. Wo wir letztes Jahr gespielt haben, war er 12. Jetzt schaut er aus wie 37. Also das ist... Let's go. Let's go. Nee, also die ersten Tage... Wie wenig geschlafen. Alter, die ersten Tage, die waren noch machbar, aber dann ist das echt heftig. Aber... Wie viele Stunden habt ihr insgesamt gemacht? Also wie lange wart ihr live? Wie viele Tage? Neun Tage durchgehend sind... Ja, 220. 220. 220, 210. Ja, das ist schon krass. Und dann so... Ich weiß nicht, was das war. Das waren ja bestimmt 8.000 Zuschauer im Schnitt oder so. 12,5. 12,5 im Schnitt. Im Schnitt 12,5. Und der Peak war bei 36. Und... Ja, wir hatten overall 7,3... Ich habe die Statistiken online. 7,3 Millionen Leute durchrotiert in den Tagen. Also es war sehr heftig, ja. Ja, es ist wirklich. Aber das war auch noch mit der Mount Promotion, oder? Mhm. Das war dann... Ja. Wenn du jetzt überlegst, du machst die Hälfte... Wenn du Glück hast, so die Hälfte davon nochmal jetzt zu dem Event. Boah, das wäre schon geil, oder? Ich glaube, ein Drittel oder so. Es ist eben... Also du kannst... Eben. Die zwei Jungs jetzt, Sonne und Tilex. Die ersten Tage ist es okay, wenn sie dich fragen, wie der Mage Mana generiert oder so. Aber wenn die Frage 7,5.000 Mal kommt nach 5 Tagen. Ich habe Sonder schreien hören um 3 Uhr früh. Also ich glaube, er hat mal beim Fenster rausgebrüllt, weil der Geduldsfaden gerissen ist. Also deswegen, man muss dann echt auch ein bisschen schauen, dass zu zweit ist das echt Hardcore. Also, puh. Aber... Er hat das uns alleine gemacht, dann mit 6 Stunden Schlaf oder so. Aber ja, da kann man auch... Muss man auch nicht... Muss man auch nicht jeden Monat machen. Muss man auf jeden Fall nicht jeden Monat machen, ja. Ja, ist krass. Da bin ich gespannt, ja. Bin ich gespannt. Ja, man muss auch klar sagen, wir reden das jetzt so runter. Aber es war halt schon eine geile Woche. Wir haben, glaube ich, alle trotzdem Spaß gehabt. Ja. Also bis zur Fischvergiftung ist kein Fisch während den Dings. Also, nehm doch das mit. Ich wollte die zwei Jungs noch reintricken. Ich so, ihr könnt doch nicht nur Schnitzel essen. Wollt ihr den Fisch kosten? Und die so, nee, nee, passt schon. Und ich so 10 Stunden später schon gekotzt. Hat das schon fast reingelegt, die Jungs, ja. Also, Fisch ist out. Dann haut das hin, ja. Nee, super. Ja, das ist ja alles dabei. Ja, was denkt ihr denn? Also, ich wollte noch mal fragen. Wir haben ja so viel über Level 60 geredet. Also, ich weiß nicht, ob so viele Leute interessiert. Aber so das Max-Level ist ja Paragon 300. Ich hab auch mal so grob geguckt. Aber was würdet ihr denn schätzen? Wie lange dauert das so für die Leute? Oder für die ersten Leute? Für uns oder für die breite Masse? Bei der Einschätzung. Ja, sowohl als auch vielleicht. Sowohl als auch. Also, ich meine, es ist ja jetzt, der Incentive ist ja jetzt nicht so krass da, ne? Also, Paragon 100 zum Launch war ja das Incentive ja schon höher. Und jetzt hast du halt nicht mehr so ein Incentive. Ich glaube, so ab 250, da wird sich's ganz schön. Also, ich hab jetzt bis 265 auf dem PTA gespielt. Und da brauchst du halt schon ordentlich XP. Also, wir wissen halt jetzt noch nicht, wie's halt mit dem neuen Contest aussieht. oder wie viel XP Horde ausgibt. Ich hätte mal einen Raum geworfen, sieben Tage mit gemütlichen Spielen. Für 300 Paragon. Ja. Gemütlich spülen heißt 10 Stunden plus, oder? Ja. Ja, aber dann könnt ihr auch sagen, so was würdet ihr euch wünschen. Also, wie lange soll das gehen? Weil jetzt, viele haben schon gesagt, so ja, okay, jetzt haben wir es mit drei verglichen. Du hast dann wieder schon so ein fast unendliches System. Also, unendliches ist auf keinen Fall. Ja. Also, ich würde es gut finden, wenn quasi, ähm, zu spielen bis zu dem aktuellen Stand, wo wir jetzt haben. Also, wo du dann deine Kana und dein Max-Level hast und deine 200 Paragon-Punkte, dass das quasi zeitlich genauso lang braucht, wie jetzt quasi bis Level 100. Und dann hinten hinaus, keine Ahnung, das können sie dann hochziehen, wie sie wollen. Weil dann hast du deine legendären Nodes, du hast deine Glyphen alle gemaxzt und alles drumherum ist halt dann nur so die Kirsche auf der Torte. Aber, wie lange das am Ende, also ich hätte jetzt geschätzt, 200 Stunden? Nee, ich glaube, also, das wäre persönlich, also, ich glaube, dass es gut wäre, wenn du ungefähr 50 Stunden mit Kampagnen spielen, ein bisschen gemütlich farmen und so weiter an die 250 Paragon-Points kommst, damit du alles abdecken kannst und die letzten 50 Paragon verdoppeln dann die Zeit, die du davor hattest, nochmal für die, die viel spielen. Du solltest eigentlich schon, wenn du so ungefähr 100, weil deine Season geht, nur drei Monate, denke ich mal nach, 100 Stunden aufteilen auf drei Monate, das sind schon Zahlen, da ist das Interesse teilweise nicht gegeben, aber dann könnten die, die vielleicht ein bisschen weniger spielen, die 50 Stunden, also da muss man mal fairerweise sagen, normale Leute müssen 50 Stunden auf drei Wochen aufteilen zum Gamern, weil die haben einen Fulltime-Job, haben Familie, haben andere Hobbys, schauen irgendeine Netflix-Serie oder Traumschiff oder sonstiges, also dieses Gremium oder die Leute, die hier sitzen, die sind ein bisschen eine Ausnahme, die eine Woche auf gelben Scheinen Urlaub machen, sondern und dann halt hier, und dann halt hier einfach dann durchspielen oder so, also das muss man dann schon ein bisschen in Relation setzen und da kommt ja noch eine gewisse Effektivität dazu, weil man jetzt zum Beispiel, eben Rob, du mit deiner Gruppe, und nimmst mit Kuna oder weiß ich wen mit, wenn ihr halt zehn Stunden farmt, ist das für normale Leute, sind das schon 20 Stunden farmen, weil sie die Effektivität, die Stufe und so weiter nicht haben, das erinnert mich ein bisschen an Radma Runs in Diablo 3, wo dann in der Stadt warst du, hey, du brauchst schon 30 Sekunden, bist du bescheuert? Also deswegen denke ich mal, also das wäre so meine Einschätzung, also 50 Stunden, um zwei Drittel des Games abzuschließen und dann nochmal so lange für das letzte Drittel, wäre glaube ich ein guter Zeitpunkt, weil dann kannst du immer noch eine zweite Klasse oder sonstiges nehmen, aber ich glaube, dass die XP-Kurve aktuell, was ich so gesehen habe, ich war dann 200, keine Ahnung, 20, 21, irgend sowas, ich glaube wirklich, dass diese Stufe von 200 auf 300, dann hast du ja noch die Renown-Punkte, aber ich glaube, dass die alleine echt 70 Stunden dauern wird, wenn man effektiv XP farmt, außer jetzt, wie Hillex meinte, die Horde bringt exorbitante XP rein, oder, weil du hattest ja auch, wie weit kamst du in der Bit? Stufe 100 oder so, da gab es ja auch nicht super viel XP, da hat sich ja nicht so viel getan. Ja, das Scaling war ziemlich schlecht, also man hatte ungefähr 1% mehr XP pro Level in der Pit und die Leben von den Monstern sind halt irgendwie um 20% hochgegangen, also in überhaupt keinem Vergleich. Mich würde mal interessieren, weil ich das überhaupt nicht testen konnte, hatte irgendwer von euch einen zweiten Account oder sowas, um zu gucken, wie das Leveln von 1 bis 200 geht? Ja. Also Farrow an 1 bis 2, Also hat Jesse, glaube ich, eben, hast du schon echt gut gesagt, also die Kurve ist echt sehr casual friendly, glaube ich. Also 1 bis 200 wird mega schnell gehen. Also da kannst du... Also du kriegst, während eines Dungeons kriegst du irgendwie 5 Level oder sowas? Ja, also denk schon. Das müsste ähnlich wie jetzt sein, oder? Ja, also ziemlich ähnlich wie jetzt. Bis 200 quasi, so wie jetzt von 1 bis 100. Ja, genau. Also es sollte ja auf jeden Fall so sein. Genau. Also du bist, glaube ich, also nach 1, 2 Tagen, da werden die meisten Leute auf 150, vielleicht sogar 200 sein. Und wenn du halt schnell bist, dann bist du am ersten Tag schon auf 200. Dann ist jetzt am weiß so zufällig, weil die Frage kam, wie viel EP von 250 auf 260 pro Level gebraucht wurde. Gibt es da irgendwie XP? Ja, ich habe eine ganze Liste. Hast du eine Liste? Okay, super, bitte, ja. Ich gebe das auch in meinem Schied sogar. Okay, weil das sind nämlich deine XP-Kurven, aber sie ist so, wie du es. Eine Frage wäre dann, gilt der Stronghold-Trick mit dem Level ab, auch für Paragon. Das heißt, wenn ich dann bei 290 das Stronghold mache, kriege ich dann 291? Nein, das skaliert auf dein Charakterlevel. Also wenn du 60 bist, kriegst du, also auf Level 60 Paragon 1, kriegst du nicht mehr XP von der Stronghold als Level 60 Paragon 200. Boah, das wäre so eine gute Idee gewesen. Dann hätte das die Strongholds zum Schluss. Hebt sich alles auf, Renown, Stronghold. Ja, ja, gut, okay, das ist aber dann so, das will Blizzard auch, glaube ich nicht. Das ist ja auch, dann hast du so, so die casual Leute, oh, genau, ja, stimmt, das ist ja die Frage. das wollen die auch nicht, das macht auch keinen Sinn. Aber ich habe jetzt gerade mal hier die Kurve, also ich habe so 263, da brauchst du halt schon 220 Millionen. Okay. Und da geht es halt echt fast um 10 Millionen oder um mehr als 10 Millionen hoch pro Level, ne? Und du kriegst halt in einem Dungeon oder in einem Pit so auf 80 kriegst du vielleicht so gerade 11 Millionen XP. Also du musst dann ein Pit mehr jedes Level laufen plus die 20 Pits, die du eh schon brauchst fürs Level. Ah, Also das wird schon ziemlich krass. Das wird krass, 22, ja. Gerade aufgrund von dieser Kurve finde ich vielleicht das Cap gar nicht so schlecht, dass du halt nicht dieses Gefühl hast wie vorher, oh, ich bin in Level 250, ich könnte ein sechstes Board nehmen, mein Char ist nicht fertig. So kann man sagen, okay, Level 200, Level 250, mein Char ist fertig, alles um drüber ist halt ein Bonus. Der, der grinden will, kann es tun, aber der normale Spieler hat den Char quasi fertig gebaut in seiner Welt. Das stimmt, ja, das ist, es ist jetzt ein bisschen diesen Gedanken von Pass of Exile mit Level 93 oder so, ne? Mit 93 hast du alles fertig und alles on top ist nice to have, aber nicht ungefähr im Punkt. Also ähnlich wie bei Diablo 2 und so auch, ja. Also ich glaube, das ist schon beabsichtigt, dass es hinten dann so steil anzieht, aber, ja, sind wir mal gespannt. Ist dein Ziel, was Paragon 300? Also Max Paragon Rock? Ja, also ich meine, also so wie ich es aktuell einschätze, dauert das so ungefähr, also selbst für mich, wenn ich jetzt richtig viel spiele und Gas gebe, wird es halt schon so 100, 120 Stunden dauern. Also je nachdem, kommt es darauf an, also fünf Tage, easy. Okay. Ja, also fünf Tage so ungefähr, aber, ja, also ich will halt auch die anderen Aktivitäten des Spiels sehen, wenn du das halt so sagst, so ich will jetzt auf Paragon fokussieren, da musst du committen, wenn du nicht committest, also dann machst du halt irgendwie noch was anderes und bist da noch in der Stadt oder machst da noch ein YouTube-Video, dann ist irgendein anderer, der macht halt die ganze Zeit nur die Pitruns, der ist dann halt schon wieder ein paar Stunden voraus, ne? Eine Sache würde mich noch interessieren, es ist rein, rein spekulativ, was glaubt ihr denn, wie lange wird die Kampagne dauern, jetzt besonders für Leute wie ihr, die vielleicht die ganzen Cinematics und so skippen? Glaubt ihr, das wird schon einige Stunden dauern oder? Maximal drei. Die Hälfte von dem, was es zum Originalspiel gedauert hat, weil die Kampagne ungefähr die Hälfte umfasst, denke ich mir, vom Aufwand her und von den Videomaterialien und sonstiges, also so über den Finger gepeilt die Hälfte, wenn man alle Videos skippt. Die normale Kampagne nicht zehn, elf Stunden? Mit, mit Dings skippen, mit Cinematics skippen? Ja. Ja, also kommt hier ein Akt dazu, also ich würde mit allem skippen, dass wir 90 Stunden durch sind, weil es wird ja nur ein Akt ergänzt und nicht, ich sag mal jetzt, ah, das geht das Game verdoppelt. Das wissen wir ja noch gar nicht, kann ja sein, dass es auch, also jetzt geht's bis sechs, kann ja auch sein, dass es jetzt sieben bis neun ist oder so. Also ich fände die Hälfte von der OG-Story schon ziemlich lange, also ich denke auch eher so unter zwei Stunden, wenn du da, also mit Skippen durchgehst, dann müsstest du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das über zwei Stunden dauert. Wir gehen jetzt auch von einem, sag mal, irgendeinem Sok, der einfach durchportet und nicht von, ich bin Level 1 und spielst gemütlich. Ja, ja, das ist nochmal was anderes. Wenn du jetzt Level 1 und spielst gemütlich, dann kann's auch deutlich über zwei Stunden gehen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass sich das ein bisschen zieht, weil sie ja jetzt auch gesagt haben, im Gegensatz zum letzten Mal, wo Diablo 4 rauskam, dass man jetzt auch während der Story Mechaniken und Systeme und sowas freischaltet, wie Kuras Undercity, die ganzen Mercenaries und sowas. Ich glaube, da sind dann schon viele so Sidequests dabei, die dann schon, ja. Das wär bitter, wenn sie die gaten, so wie bei Infernal Horde, dass du 30 Minuten Pre-Quest hast. Alter Schwede, da bin ich schon direkt nervös. Ja. Aber ich, also wenn, ich glaub, das machen sie dann eher getrennt. Das sind ja quasi Mechaniken wie Pit oder die Horde, dass sie es quasi getrennt von der Hauptstory machen. Ja, aber sie haben ja gesagt, dass das mittendrin passiert. Also zum Beispiel Rahir, da den Shieldbearer, den schaltet es relativ früh am Anfang der Story frei. Und Kuras Undercity und sowas auch. Irgendwann dann mit 15 oder Level 20 oder sowas haben sie ja gesagt. Okay. Ja, wenn wir schauen, würdet ihr euch persönlich, wäre das lieber, wenn das Add-on und die Season, wenn das gleichzeitig startet? Oder wäre euch so ein bisschen ein Delay lieber, weil dann könntet ihr schön dazwischen die Punkte und dann Vollgas geben in die Season? Hillex? Also ich würde mir wünschen, dass es das getrennt voneinander startet. Also am liebsten 24 Stunden dazwischen, aber das ist glaube ich nur ein Wunschdenken. Damit man sich halt in Ruhe halt die Kampagne auch, also wie gesagt, die Leute, die skippen wollen, können skippen. Die anderen, die sich es anschauen wollen, können sich es anschauen. Damit man halt diesen Druck von der, weil man startet immer noch mit der Season rein so, ja, ich will schnell hochkommen. So, also muss ich diese Sachen wie Story so nebenbei liegen lassen. Das meint einfach, dass Add-on kommt, man kann in Ruhe die Story spielen, man kann in Ruhe sich das Gebiet angucken, Waypoints, also das komplette Renown-System oder das Renown holen. Dann vielleicht schon mal den Spiritborn, dass man sich mal angucken kann, wie level ich denn ungefähr, weil es gibt ja auch viele, die haben die Klasse noch nie gespielen können, dass die sich da mal ein bisschen reinfinden können. Und dann, wenn die Season startet, dass sie sich dann komplett auf die Season fokussieren können. Also das wäre mein Wunsch. Okay. Also ich glaube persönlich, die Season 6, auch wenn sie gesagt haben, es wird eine Mechanik geben, ich glaube, Season 6 wird ziemlich minimal ausfallen, was den Content angeht. Und ich glaube eher, dass wenn die Leute irgendein Content rushen, dann ist es sowas wie, hey, ich will irgendwie der Erste sein, der in Dark Citadel reingeht oder sowas halt, dass da auf jeden Fall die Leute so, ich möchte hier irgendwie das erste Video machen oder die erste Gruppe sein, die hier den Raid zeigt oder sowas. Ich glaube, da werden die Leute vielleicht eher hinrushen. Ja, also ich finde es auf jeden Fall deutlich besser, wie ich eben schon gesagt habe, wenn es getrennt ist. Also wenn wir am 7. Oktober dann halt die Erweiterung kriegen und die Season dann halt einen Tag später losgeht, dann hast du in Ruhe auch mal Zeit, dir mal die Cinematics anzugucken. Ja, aber die Leute, die die Cinematics angucken, die werden ja nicht nur einen Tag brauchen, die Casual-Spieler, das wird ja... Ja, klar, das kommt dann irgendwie abends raus, dann guckst du dir abends was an, spielst die Story und am nächsten Tag geht die Season los. Für so einen Casual-Spieler ist der Tag gelaufen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es wirklich nachts rauskommt um 0 Uhr, dann kommst du, keine Ahnung, am selben Tag erst um 16, 17 Uhr heim und um 19 Uhr startet die Season schon, dann hast du da keine, hast du dir nicht mehr so viel Zeit. Wie, du hast jetzt keinen Urlaub genommen, entweder du willst die Arme spielen oder du willst es nicht spielen. Ich rede jetzt von einem Casual-Spieler. Ja, ja, ja. Der nimmt sich keinen Urlaub. Der nimmt sich keinen Urlaub. Ja, eben, ist eh ehrlich gesagt das Beste, was du machen kannst, weil, wenn es irgendwelche Bugs gibt oder so, ich glaube nämlich, dass es einen Delay geben wird, weil Blizzard die Zeit braucht, um noch ein paar Hotfixes reinzuschießen, bevor die Season kommt. Also deswegen denke ich schon, dass es mit einem Delay rauskommt, aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Also ich bin persönlich super, super überrascht, dass wir keinen Stress-Test kriegen, ehrlich gesagt, für die Expansion. So wie Rob gesagt hat, wir hatten einen übelst guten Launch für Diablo 4, aber auch nur, weil wir kurz davor einen Stresstest hatten und da übelst viele Sachen in die Hose liefen und dann die Devs ja auch selber gesagt haben, ey, war übelst gut, dadurch konnten wir noch viele Sachen vor dem Launch fixen und so und ja, jetzt starten wir scheinbar einfach nur so rein. Aber die Erfahrung haben sie ja. Also die haben ja die Erfahrung vor dem Stresstest von vor anderthalb Jahren. Nee, 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 die Leute sind gekündigt worden, die sind nicht mehr da. Ja, aber jetzt hast du so viele neue Mechaniken im Spiel und sowas alles noch. Also ja, mal schauen, keine Ahnung. Okay, lassen wir uns mal überraschen. So, ich würde sagen, wir sind für fast zwei Stunden und ich bedanke mich mal für eure Zeit, für eure Einschätzungen. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und ein paar von euch sehe ich zum Start. Also wir müssen auf jeden Fall Rob abziehen, das ist unser einziges Ziel jetzt. Aber der schläft eh nach dem zweiten Tag. Also wenn du 18 Stunden, ich lasse einen Timer mit dir laufen, das schaue ich mir an, ey. 18 Stunden. Man muss sich das eh mal einen Zeitpunkt schon laufen auf dem Stream. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also, ein Dankeschön euch für die Zeit und wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Danke, war cool. Schönen Abend noch. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.